Oh, das ist laut. Fabi hat einen Segelschein. Ja, gib ihm. Gib ihm. Worauf warten wir, Freunde? Worauf warten wir? Ab geht die Fahrt. Übrigens, Freunde, man sieht jetzt hier immer den Subcounter, damit ich schön flexen kann alle 30 Sekunden. Ist toll, oder? Oh, Dark Souls. Wie viele Seelen haben wir gerade? 251. Oh, das ist doch nett. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar noch eine Scherbe. Ja! Ah, PogU. Freunde, PogU in den Chat. Ich habe nicht noch eine Scherbe, aber eine hatte ich. Da haben wir sonst irgendwas im Inventar, was ich noch abgeben wollte. Schwarze Flammen, Pyromantie, Pyromantie. Nee, alles recht uninteressant. Ich habe noch nicht mal PogU und sage, ich möchte PogU. Stark, Alter. Absolut stark. Entfernt das Anwesen. Wir sind in Irithil stehen geblieben. Gucken wir mal, was da abgeht. Ist das Marbles? Ja, Ausrufezeichen Play in den Chat, Freunde, und dann kommt hier so eine Murmel von euch. Aber nur Binnen. Und es fehlt ein Boot. Ja, ein Boot ist ja kein Thema. Boot, äh, Twitch Money regelt. Ich kaufe dann einfach so auf spontan ein Boot. Stimmt, hier ging es auch noch runter, wo wir nie hingegangen sind. Holy shit! Philipp, herzlichen Dank für die Bits, Mann. Kuss. Eine Yacht, oder? Ja, keine Ahnung. So ein Riesending. Pay 2, ich will den Skin. Äh, wo mussten wir überhaupt hin? Mussten wir da runter? Mussten wir hier zu... Where were we? Da mussten wir, glaube ich, rein, ne? Da war... Och Gott, ich erinnere mich an diesen super ekelhaften Gegner. Die waren hier. Wir kaufen uns eine AIDA. Ja, schön die Umwelt ficken. Das ist... Das ist mein Thema. Du warst bei einem anderen Leuchtfeuer. Echt? War da eins, was... Konnten wir von hier aus nicht auch da hinlaufen und waren da direkt in der Nähe? Äh, brrrr! Gottes Willen, ey. Ja, Freunde, merkt ihr, dass ich eventuell nicht ganz warm bin? Uah. Die Dinger sind immer noch so ekelhaft, Mann. Wir fahren zusammen Kanu. Äh, wir sind damals in der Schule tatsächlich mal Kanu gefahren. Das war ultra sick. Ja, ehrlich gesagt, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr, weil ich hier jetzt schon Estus ausgeben muss. Ungeil. Obwohl, ich muss keinen Estus ausgeben. Wir können hier auch einfach was trinken. Gön. Estus-Suppe. Ich werde immer mieser. Was es umso besser macht, dass Yannick jetzt wieder streamt. Ja, ich habe das extra gemacht. Ich habe, äh... Ich habe Zeus gesagt, Kollege, mach mal das... Mach mal das, äh... Wetter ein bisschen beschissener. So, ich würde gerne streamen. Und der hat dann gesagt, ja, kein Thema. Ich kann ihm ein paar Blitze geben und regen. Dann dachte ich mir, warum nicht? Warum nicht? So. Stimmt, aber ein Leuchtfeuer war näher. Weil wir haben da jetzt eine Abkürzung freigemacht. Da habt ihr recht. Da habt ihr recht. Besonders hier müssen wir jetzt auch nochmal an diesen Hunden vorbei und den ganzen Shit. Das Leuchtfeuer hier ist echt eigentlich ziemlich scheiße. Oh ja, hier ist auch der Zauber-Sack. Oh. Alles anstrengend hier. Boah, ne. Freunde, ich bin gerade so... Ich bin gerade so gar nicht drin wie einer, der nicht ins Berghain kommt. Obwohl die Ausweichrolle war schon pop. Warum habe ich so gar keine Konditionen gerade eigentlich? Can we talk about this one? Warum ist mein Charakter gerade so wie ich im Real Life? Das mag ich nicht so. Merkt man meinen Hype auf Resi 8? Resi 8? Es kommt neues Resident Evil. Ah, Hund! Hund! Ich bin gleich übrigens tot, wenn das so weitergeht. Can we talk about this one? Alter, ein Estus kann uns jetzt komplett heilen. Wie krass ist das denn bitte? Das ist ultra heftig. Holy Shit. Da war ein Fahrstuhl. Der führt uns da hoch. Hier lebt noch einer. Moin. Sorry. Einmal will ich hin und dann nie wieder. Ich weiß noch nicht mal, ob ich einmal ins Berghain will. Will man ins Berghain? Moin, Max. Hatte das Berghain nicht auch so echt unfassbar weirde Floors? Community-Treffen in Modonien. Alter, da bin ich down. Also Community-Treffen in Modonien, da sehe ich mich. Schön ein bisschen zwischen den Profis tanzen. Toll. Toll, toll, toll. Alter, wie viele leben hier noch? Blutiger Edelstein. Ich meine, ey, ich beschwere mich nicht. Da unten hockt noch einer. Moin, Max. Sehr schön. Nebenbei kriegst du einfach jede Krankheit, die es gibt. Ist so. Kennst du das Video, wo jemand das Berghain im Minecraft nachgebaut hat? Äh, ich habe es so am Rande mitbekommen, ja. Fand ich sehr lustig. Das finde ich immer besonders frech, wenn man gegen einen kämpft und im Hintergrund zaubert. Einfach noch so ein... So ein Blödmann. So, aber letztendlich sind wir jetzt gerade eigentlich ganz gut durchgekommen. Und da ist, glaube ich, jetzt schon der Boss, richtig? Ich meine, hier oben war der Boss. Oah. Musst du mir jetzt noch in den Nacken hauen? Komm, ciao. Okay, Freunde, Boss-Time. Hohepriester Sullivan. Das ist einfach Donny. Dann der mir jetzt gleich noch in den Rücken haut, ne? Boah, guck mal, wie knapp das ist. Leckumio. Ähm, okay. Okay. Hohepriester Sullivan. Mhm. Bushido ist der Endgegner. Was soll sowas denn? Das ist doch frech. Also dadurch, dass es ein Hohepriester ist und dass wir in einer freaking Kirche sind, nehme ich an, dass der eventuell zaubern kann. Könnte ich mir vorstellen. Der hat aber auch ein... Moment mal kurz. Bevor wir hier jetzt reinjetten, ne? Hallo? Dicker, was hast du da in der Hand? Ist das ein kurzes und ein unfassbar langes Schwert? So, du musst dir das aussuchen. Entweder big and long or short and spiky. So, was soll sowas denn? Das ist doch... Können wir nicht einfach hier stehen bleiben, Freunde? Wollen wir an der Stelle hier jetzt einfach, ähm, das beenden? So, Dark Souls war schön. Dark Souls war ein gutes Game. Ähm, du wirst sterben. Ach, scheiße. Also, Freunde, wie soll ich, wie soll ich, wie soll ich jetzt hier weitermachen? Wie soll ich... Er will halt beides in dich reinraben. Okay, hoch. Oh, Leute. Spiel einfach Terraria. Freunde, wenn ich jetzt einen fließenden Wechsel zu Terraria mache, fällt es euch überhaupt auf? Ja, genau. Genau. Und das eine brennt auch noch. Okay. Au. Yo, chill, dude. Calm down, boy. Okay, wenn er einen Eimer hat, dann ist man ziemlich im Arsch. Aber hey, wir haben... Wir haben ihn schon mal... Wir haben ihn schon mal getroffen. Wir haben ihn schon mal... We did something. Alright? We did... We did something. So, wir müssen jetzt mal gucken, welches Leuchtfeuer ein bisschen näher ist, tatsächlich. Kommt man von hier nicht, wenn man hochläuft, dann direkt hin? Weil wir da diese Abkürzung aufgemacht haben? Ich glaube schon. Erster Move, einfach die eigenen Bänke kaputt kloppen. Voll fies. Not gonna, not gonna lie. Dieser Mann ängste ich mich. Der Typ hier, den man besiegen muss. Ist doch süß. Ist doch ein Cutie Pie. Ich glaube, das Problem ist halt, das Leuchtfeuer ist dann zwar recht in der Nähe... Ne, das hier war safe nicht. Ne, 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 das hier ist es safe nicht. Das ist zwar recht in der Nähe... Aber, ähm... Wir müssen halt trotzdem an dem ganzen Kram noch vorbeilaufen. Satanist Sally Face, oh Gottes Willen. Können wir bitte nicht über alternative Universen reden? Sonst, sonst rufen wir die, die Undertale Community hier hoch. Und wir wollen, wir wollen das nicht. Sonst, sonst, sonst ist der Chat hier gleich wieder voll. Und dann schreiben Leute, hey, kannst du mal auf Ink Sans reagieren? Oder, hey Janik, wo bleibt der nächste Part? Du musst doch nur Sans besiegen. Der einfach 64 verschiedene Attackmuster hat, die du lernen musst. So, fuck Sans, Junge. Ah ja, das hier ist sehr, sehr viel näher dran. Junge, Junge, das ist ja der Wahnsinn. Also Freunde, versteht mich nicht falsch. Undertale, super geiles Spiel. Ich liebe Undertale. Aber, ähm... Vielleicht schaffen wir es hier immer dran, vorbeizulaufen. Äh... Wie viele Seelen hatten wir nicht viele, ne? Muss ich die wirklich holen? Wir gucken mal, wie viele Seelen das sind, ob sich das lohnt, die immer wieder zu holen. 6.000. Ah, ist schon nicht schlecht. Ich hab dich einmal gehittet. Haha. You're not invincible. Fucker. This will hurt. Okay. Es wird mich ehrlich gesagt wundert, wenn er, genau, keine zweite Phase hätte. Jetzt kannst du noch fliegen, oder was? Was hast du getan? Äh... Warum gibt's nicht zweimal? Yo! Yo! Oh, das hat ihn provoziert. Ich... Ich... Ah! Ah! Don't! Don't! Ich bin nur ein kleiner Typ. Ich bin weg! Oh-oh. Oh! Oh-oh. Aua Ich weiß, dass wir eigentlich seinen Schatten gerade wahrscheinlich als erstes besiegen sollten, weil es sehr viel smarter ist, aber Okay, das macht ihn aber halt auch sehr sauer, wenn wir das tun Nein Puck, Puck, Puck! Puck! Yes! Second fucking try! So spielen wir hier! So spielen wir hier! Jawoll, Alter! Ooooooh! Was ist das? Ey, ich dachte, das geht weiter. Rimp! Woo! Alter! Darkseid-RP, herzlichen Dank für die drei, Mann. Herzlichen Dank. Boah, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber jedes Mal, wenn ich einen Dark Souls-Boss töte, ich bräuchte Realtalk. Realtalk bräuchte ich eigentlich ein Pulsmesser. Wirklich. Ey, ich wünschte, ich könnte euch sagen, wie krass mein Puls gerade hochgeht. Boah, ich brauch kurze Sekunde. Ich muss das Fenster aufmachen. Ach du Scheiße, ich brauch Sauerstoff. Apple Watch. Ja, mit einer Apple Watch könnte man es sogar mit OBS trinken und könnte seinen Puls die ganze Zeit anzeigen. Also Freunde, wenn einer von euch zufälligerweise 300 Euro donaten möchte, Freunde, der Donation-Leg ist unten. Ich mach kurz das Fenster auf, wenn ich wiederkomme. Gerne 300 Euro donatet. Na, danke. Bis gleich. Ne, ey, ohne Spaß. Es gibt 20 Euro Sport-Tracker. Ja, aber da kann ich nicht so viel Geld abzwacken. Wir sind hier auf Twitch. Ich kauf mir die Fünfer und schick dir meine Vierer. Lass das Kapper gerne weg. Ich bin down. Ne, aber ohne Scheiß. Ihr hättet Angst, wenn ihr sehen würdet, wie mein Puls eigentlich immer explodiert. Pulsmessgerät, da hätte ich vorher drüber nachdenken müssen. Vielleicht machen wir das, wenn wir Bloodborne mal durchspielen. Weil Bloodborne ist auch auf jeden Fall noch auf meiner Liste von den Souls-Games, die ich unbedingt spielen möchte. Beziehungsweise From Software Games. Vielleicht machen wir das tatsächlich, dass wir da ein Pulsmessgerät einblenden. Weil ich glaube, es wäre halt echt so interesting, immer wenn so ein Boss so wenig Leben hat. Ey, pfff. Alter, mein Herz scheppert. Ja, weil das war ja auch die Entscheidung zwischen Bloodborne und Dark Souls 3. Hier, übrigens, wir haben gewonnen. Yippie. Ich bin jedes Mal wieder ein bisschen erstaunt, wenn wir es schaffen, einen Boss so schnell zu killen. Weil letztendlich war das jetzt wirklich, wirklich schnell. Zwei Tries. Not bad. Irgendwo hier ist ein kleiner, kleiner Schatzkäfer. I hear it sparkling. Und wir können da an dem Hebel ziehen. Stellt euch vor, man hätte an dem Hebel ziehen können, während man kämpft, und dann hätte man dem irgendwie Schaden machen können. Da musst du PP Overheat hinzufügen. Den können wir gerne jetzt schon hinzufügen. Ist das ein Giphy-Mode? Wahrscheinlich, ne? Wo macht man nochmal Giphy-Modes? Bei der Twitch-TV, ne? PP Overheat. Den kenne ich, glaube ich, sogar. Den fand ich eigentlich mal recht witzig. Haben wir noch Plätze für Giphy-Modes? Ich glaube schon. Ja! Mehr als genug. Ähm... Wo ist er? PP Overheat. PP Overheat ist ja der Wahnsinn. Den finde ich gut. Oh, PP Overheat dürft ihr sehr gerne oft benutzen, wenn wir jetzt bei einem Boss oder so sind. Äh... Wird so geschrieben. Ist irgendwann gleich hier verfügbar. Es dauert ja mal ein bisschen, bis Better Twitch-TV das checkt. Äh... Habe ich ja schon am Hebel gezogen? Ne, ne? Vorrechnung bewegt sich nicht. Stell dir vor, hier braucht man ein bestimmtes Stärke-Level oder so. Sehr wild. Du wirst dich über Bloodborne freuen. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich wollte sehr gerne, ähm... Bloodborne auch eigentlich spielen. Das Einzige... Ich habe einen Streamer zugeguckt, wie er Bloodborne durchgespielt hat. Also ich kenne jetzt schon ein bisschen was. Aber echt nicht viel. Das Einzige, was mich am Bloodborne ein bisschen aufgeregt hat, ist, ähm... Dass man diese Blood-Vials, sprich eigentlich das Gegenstück zu, ähm... Zu den Estos hier, dass man die farmen muss. Also man kann sie sich auch kaufen, aber wer will die schon kaufen? Ähm... Aber... Man muss die da halt farmen. Und das ist so ein bisschen ätzend manchmal. Weil wenn du einen Boss getötet hast, hast du keine Blood-Vials mehr. Man muss erst mal farmen, bis du wieder zum Boss kannst. Und das ist so ein bisschen... So, ich habe keine Ahnung, was dieser Hebel macht, aber wir können ihn nicht bewegen. Interesting. Interesting, interesting. So, wie viele Seelen haben wir denn jetzt? 34.000, ey. Mutter Gottes. Oh, Junge, Junge, Junge. Puh. Machst du auch die anderen Dark Souls? Ähm... Weiß ich noch nicht. Wie lange hast du für den Boss gebraucht? Zwei Tries. Ersten bin ich recht schnell direkt gestorben. Würde sich das hier vielleicht öffnen? Ich höre hier wirklich so nah. Ah ne, der kommt jetzt glaube ich hier. Hier ist so ein Schatzkäfer. Was? Orlando. Du guckst dir doch nicht irgendeinem Streamer zu. Du guckst dir gerade... Brain zu. Ich habe eine Woche gebraucht. Oh shit. Ich kann den Käfer riechen. Dark Souls 3 Playlist auf Spotify. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Mann. Alter. Ich kann über Dark Souls sagen, was man will. Ey, das ist echt so ein wunderschönes Spiel. Da sind sogar zwei... Oh Gott, einer haut direkt ab. Bruder. Ja, die können doch schnell verschwinden, oder nicht? Nein! Oh nein, und jetzt habe ich einfach keinen bekommen. Weil... Ich habe keine Geste, die zeigt, wie traurig ich bin. Hier. Das wehrt. Komm, richte... Rappel dich wieder auf. Habe fünf Trice mit Parry gebraucht. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich spiele natürlich Dark Souls, so wie ich denke, wie ich spielen soll. Käferli. Äh, so, ich spiele das ja voll nach meinem Stil und wie ich das auch level und so weiter. Ich glaube, ich könnte es mir an manchen Punkten auch safe einfacher machen, wenn man parryt, weil viele Bossgegner darauf ausgelegt sind, dass man sie gut parryen kann. Aber ich habe in diesem Game noch nicht eine einzige Attacke geparriert, noch nicht eine, weil ich das Timing immer komplett verkacke. Ähm, und bevor ich das jetzt über Stunden lernen muss, bin ich irgendwie eher so der Schild raus, ausweichen, drauf klopp, Mann. Ja. Ne, die sind verschwunden. Ich mit Cuphead. Oh doch, in Cuphead habe ich gut geparriert. Parrying in Dark Souls 3 ist gar nicht so einfach, okay. Gut, wir gehen jetzt erstmal nochmal kurz zurück zum Feuerwandschrein. Breath of the Wild. Boah, Alter, ohne Scheiß, Breath of the Wild. Fick diese komischen Statuen, die auf dich schießen. Ey, ich habe so lange gebraucht, um immer diesen Laser zurückzuballern. Ich habe so überhaupt kein Gefühl dafür. Ey, boah, haben die mich immer gebumst. Moini. Die ist schon wieder fast hingefallen. Warum fällt die immer fast hin, die Arme? Ja. Schön auf Stärke, Freunde. Schaden wollen wir machen, dafür sind wir da. Wir haben jetzt noch 8000 Seelen. Dementsprechend, man könnte sich jetzt nochmal irgendwie die Waffe verstärken. Wenn wir genug Tina-Dnietscherben haben. Du müsstest neu ins Spiel gehen, damit die Käfer wiederkommen. Ah, okay. Ja, das machen wir jetzt nicht. Waffe verstärken. Können wir das? Können wir. Können wir sogar zweimal. Da sehe ich uns. Freunde, es ist ein sehr simpler Build, glaube ich. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie irgendwas hochschmeißen mit einem Build. Wie Builds funktionieren in Dark Souls. Ich möchte darüber auch nicht reden und nachdenken, wie man hier am besten levelt, etc. Es ist ultra simpel. Ich bin Real Talk. Ein Ritter, wie er im Buche steht. Ich habe ein Schild. Ich habe ein Breitschwert. Aber bisher komme ich damit so gut durch dieses Game. Es ist echt ein bisschen erschreckend. Ähm, ja man. Ist ein simpler, aber unglaublich guter Build. Das finde ich halt so geil. Weil Real Talk, das ist meine größte Angst bei Dark Souls immer gewesen. Und ich weiß, dass ich mich damals in Dark Souls, als ich es mal gespielt habe. So Dark Souls 1, Dark Souls 2. Ich habe alles mal irgendwie für drei, vier Stunden gespielt. Dann nicht weiter gespielt. Ich habe mich immer verskillt. Ich habe immer irgendwie überall Werte drauf gelegt. Ich hatte dann voll ein Kack-Build. Ich habe auch irgendwie immer das Meme gemacht, das ich mit dem Battler spielen wollte. Der ja voll die scheiß Stats hat. Äh, komplett lost. Äh, ja. Dementsprechend. Es konnte gar nicht gut gehen. Oh, Freunde, 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 Freunde. Die kommen auch wieder, wenn man einfach die Szenerie wechselt. So, wen nehmen wir als erstes? Ihn hier. Komm ran. Komm her. Nummer 1. Nein. Schade. Einen haben wir down. Sehr gut. Funkeltitanie. Nehmen wir mit. Ich nehme mal an, dass dein Schwert nach wie vor krude ist. Ja. Mein Schwert ist nach wie vor krude. Und hallo Jonas. Schön, dass du hier bist. Ah. Okay. Okay, 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 okay. Dann wollen wir uns doch hier mal weiter umgucken. Weil ich glaube, da geht es auf jeden Fall in diese Kathedrale auch noch rein. Würde ich. Schätz. Wach dir auf. Just use a gun next time. Ich habe auf Stärke gelevelt. Ja, tatsächlich. Die schlafen. Ich glaube, wenn man die nicht stört, dann schlafen die einfach weiter. Das bin, das bin so ich. Oh mein Gott. Ja, so schlafe ich auch immer. Ne, eher schlafe ich so wie er hier. Oder wie er. Alter, die sind ja alle komplett drugged out. Was ist los mit denen? Ich glaube, wenn man denen nichts tut, schlafen die einfach weiter. Warum höre ich hier so Zauber? Ach, du da. Moin. Äh, Momo, 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 Momo. Kennt ihr doch diese komische App? Momo. Au. What? Bruder. Das ist frech. Zuschauerrein haben nichts zu melden. Arschloch. Ich will eigentlich die da unten besiegen. Aber die sollen schön zu mir kommen. Und ich will die einzeln besiegen. Was machst du da? Warum kommt dein Kumpel angelaufen? Kämpf doch mal alleine. Wie Männer. Ja, komm her. Bevor dein anderer kommt. Aua. Ja, genau. Jetzt ist nämlich dein Kumpel da, ne? Ja, funny, funny. Hahaha. Warum sieht dein Kumpel aus wie Kylo Ren, Alter? Der sieht real talk voll aus wie Kylo Ren. Can we talk about healing for a second? Au. Au, 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 au. Na, na, na. Hätte ich den einen tot bekommen, hätte ich heilen können, dann hätte alles gut funktioniert. Dein Mann mal den Gute-Nacht-Kuss vergisst, ja, Mann. Momo, ey. Was, was war Momo eigentlich? Ohne Scheiß. Ich muss sowieso zugeben, ähm, ich bin ja, was so YouTube-Trends angeht, irgendwie immer sehr weit von entfernt. Momo ist ein Buch, true. Ähm, aber, was zum Fick geht eigentlich bei so YouTube-Horror-Trends ab? So, holy shit. Diese ganzen komischen Apps, die man sich nicht runterladen soll, weil die weird sind und allen Stuff. Ey, es ist alles so komisch. So, das Einzige, was ich noch, noch gut finde, was gerade so im Umlauf ist, ist dieses typische, äh, Dings. Siren Head-Ding. 3 Uhr nachts, ja. Rebecca Wing, die hat das groß gemacht mit diesem 3 Uhr nachts, oder? Gibt's die überhaupt noch? Ja, alles, alles sehr verrückt. Wo kommt man hier hin? Jo, was ist das denn hier für ein dunkler Ort? Ach, guck mal, kommen wir hier nach oben? Ah, ja. Das Ding ist, die Gegner sind sehr einfach. Das Problem ist, wenn dir einer die ganze Zeit jetzt in den Nacken ballert mit dem Feuer, und dann auch noch asynchron. Dann ist das schon wieder anstrengend, ne? Oh, jetzt sind sie einigermaßen synchron. Der wird mir jetzt einen Feuerball in den Rücken rammen, oder irgendwas? Der ist umgefallen! Haha! Dicker Mann fällt um. Das ist das mein YouTube-Trend, den ich gerne gucken würde. Sehr gut. Weil wir machen auf jeden Fall erstmal hier die, die Zaubermänner kaputt. Weil dann können die uns nicht nebenbei stören. So ein Feuerball, Junge. Ach Gott, jetzt schießen die von da hinten auch schon. Warum schießt ihr noch... Ey, ihr schießt doch wohl nicht auf die Riesen da unten, oder? Das fände ich frech von euch. Sowas machen wir hier nicht. Ich glaube, ich warte erstmal, bis die Sekte da vorne kommt. Der Dicke bin einfach richtig im Sport. Bitte nicht! Prank Bros. Ja, Mann. Der Game Master. War das Game Master-Ding nicht auch irgendwie gefühlt was, was erst... Also, ich kenne den Game Master. Noch von dem Minecraft-Roleplay von Herr Bergmann. So, daher kenne ich den Spielemeister. Spielemeister hieß der da nicht, Game Master. Und dann wurde der irgendwie von komischen Channels voll in den Dreck gezogen. Ich bin bei YouTube so krass nicht drin, obwohl ich selber YouTuber bin. Vielleicht habe ich deswegen nicht eine Million Abonnenten. Okay, chill. Berghi, einfach Deutsche Hollywood. Bergmann ist auch einfach... Einfach, einfach ein echt cooler Typ, glaube ich. Ist das hier eine Falle? Kommt da irgendwer noch von der Seite oder so, oder? Was höre ich hier rumsteppen? Ach Gott! Kylo Ren und sein Bruder Stark. Ohne Scheiß! Der sieht aus wie Kylo Ren und der könnte straight von Game of Thrones kommen. Und ich mag euch beide überhaupt nicht. Let me tell you this. Ha! Was war das denn für eine Scheiße? Okay, ich muss mich heilen. Das geht schief. Oh, es ging noch. Boah, würde dein Bruder nicht immer noch mit draufhauen, ne? Dann wärst du schon längst tot. Ausweichen! Huh! Was macht er da hinten für ein Ritual? Okay, der hat nur seine Waffe, glaube ich, neu gezimmert. Ja, try me, bitch. Das ist einfach der neue Kylo Ren Fortnite-Skin, Freunde. Ich sag's euch. When you order Kylo Ren, but you have Kylo Ren at home. Das ist er. Ohne Witz, guckt euch den mal an. Drang doppelschwer. Oh. Die Waffe sah nice aus. Holy shit. Frag Rico, der war bei Bergis. Oh, hallo. Äh, stimmt. Rico war doch, war doch genau. Bei Bergstürmer war der doch auch, oder nicht? Ich hatte mit Rico da damals über mal gesprochen, dass er irgendwie voll traurig war, weil er damit eigentlich voll den Hype generiert hat und dann nichts mehr gemacht hat. Es war an und für sich ist das eigentlich wirklich sehr sad gewesen. Aber ich hab gesehen, dass da jetzt viel Veteran spielen, dass er da mit ein paar Homies momentan voll Spaß hat. Das hat mich glücklich gemacht. Äh, Lin Fea, sei mir nicht böse, aber genau solche Fragen am liebsten nicht stellen. Weil, das ist halt immer für so Leute dann das, äh, das, das, äh, das Öffnen der Türe, dass die anfangen mit, äh, ja, und dann kommt ja noch der Boss und dies und der, 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 der. Und deswegen. Keine Rent-of-Wish bestellt. Ja, true einfach. True. Und der hat einen Podcast. Oh. Crazy. Ah, guck. Ah, nee. Ist der Hebel, den wir unten gefunden haben, hierfür eventuell? Was passiert? Ist das hier ein... Ja, guten Morgen. Dafür ist der Hebel, Freunde. The more you know. Ja, aber, Lin, das lese ich halt ja auch. So, der, der Chat ist ja für mich auch einseelig. Deswegen. Okay, da ist eine Kiste. Das ist aber zu eine Millionen Prozent ne, äh, Mimic. Einseelig. Och Gott, Leute. Ich muss hier nebenbei ein Spiel spielen, okay? Da kann man nicht reden. Da kann man nicht reden! Was? Janik liest den Chat? Nein. Das hat mir gerade nur in meiner Argumentation geholfen. Simpler Edelstein. Der ist ja simpel. Dann red halt nicht. Okay. Shit. So, wir können das gerne auch so machen, Freunde. Wir machen einfach so ein No-Commentary-Stream. Ist sowas üblich? Gibt's No-Commentary-Streams? Klar gibt's sowas. Was ist das für eine dumme Frage? Sicher? Ein Walkthrough. Janik, what the fuck? Leute, denkt mal drüber nach. Stellt euch vor, ihr spielt ein Spiel und redet dabei. Gibt's sowas auf YouTube? Einfach Let's Play vor zehn Jahren ohne Mike. Das ist tatsächlich sogar auf YouTube noch voll vertreten. Auf YouTube sind tatsächlich noch sehr, sehr viele Walkthroughs. Komplett ohne Talking. And shit. Tamina macht manchmal Silent-Streams. Spielt ihr das Silent Hill? Comedy King! Das klingt aber wirklich sehr entspannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr öfter mal einen Stream hören wollt. Wo ich einfach mal die Fresse halte. Why are you like this? Bitch. Janik, du hast da was an der Schulter. Glaube ich. Ach! Ich hab grad die ganze Zeit auf meine Facecam geguckt und hab mich gefragt, ob hier ein Käfer sitzt oder so. Und ich hab einfach den größten Speer des Universums in meiner Schulter gehabt. Ich hatte gerade so krass Angst, dass hier irgendwas auf meiner Schulter ist. Ich wollte mich echt nicht bewegen. Ohne Witz in meinem Kopf. Ich hatte Angst, dass hier ein Koala sitzt oder so. Das war meine Größenordnung. Aber das würde ich doch spüren. Du hast da was auf der Schulter. Ich guck so richtig ängstlich in die Facecam. Ich denk mir so, ist der Tag gekommen? Ist durch mein Fenster endlich ein Koala zu mir nach Hause gekommen? Das wäre der Wahnsinn. Bitte. Oh. Lost. Freunde, ich bin heute, glaube ich, gibt's Koalas in Köln? Ja. Ähm. Pass auf, da ist ein Blauwal. True. 100 pro. Janik, da ist ein Blauwal hinter dir. Achtung. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. How lost can someone be? Look at me. So eine random Krähe auf der Schulter gelandet. Ja. Ganz wild einfach. So, Freunde, ich glaube, das ist tatsächlich dann die nächste Kathedrale, wo wir reingehen werden müssen. Ähm. Wurde schon gefragt, bin mir aber noch unsicher, Jonas. Äh. Ich denke tatsächlich erst mal nicht. Ähm. Du hast mich damit gekillt. Bitte nicht. Ist das hier die Koala Entfernungsbehörde? Aber ich möchte damit jetzt nicht ausschließen, dass wir sie jemals spielen werden. Okay, von wo schießt der? Blödian. Ach, von da. Das sind aber zwei. Da rechts ist auch einer. Das heißt, wenn wir den rechts besiegen, wird der links auf uns schießen. Okay. Alles gerade nicht die besten, äh, Voraussetzungen, um gegen jemanden zu kämpfen. Ach, guck mal. Eine große Titanitschere. Also da ist einer, links ist einer. Ich glaube, das sind tatsächlich die einzigen. Ich hab halt ein bisschen Angst, wenn die einen treffen, dass uns der Rückstoß von dem Gebäude hier wirft. Deswegen bin ich fast am überlegen, einfach nach oben zu rennen und erstmal gegen den oben zu kämpfen. Da ist ja auch noch einer. Was ist das denn hier? Geht's hier irgendwo rein? Ausweichkönig. Ich noch eine. Komm doch mal auf, bitte. Aua. Und die haben natürlich ein Schild. I hate you. Ha. Okay, wenn man so lange gegen die kämpfen will, dann möchte ich nicht einen von denen besiegen. Das hab ich gerade getan. Cam dead. Ich geb euch kurz Zeit. Kurz Zeit, dass sie screenshotten. Dark Souls in one image. Kann das Bettina in den Discord packen? Wer ist er denn? Freunde, wie wär's, wenn wir die Cam einfach so lassen? Ohne Witz, 80% der Zeit gucke ich eh so. Es ändert sich quasi nichts. Ich guck sowieso so. Ach du Scheiße. Warte, ich versuch den Gesichtsausdruck genauso nachzumachen, damit der Schnitt nicht so krass ist. Achtung. Ne, ich hätte so gucken müssen. Scheiße. Ah, verkackt. Ah, I lost. Manchmal, ich muss ehrlich zugeben, ich reg mich echt oft über Technik auf, aber manchmal ist Technik auch, ist das auch schön, wenn Technik nicht funktioniert. Das ist manchmal auch gut. Da passieren witzige Dinge. Also da geht's irgendwo noch runter. Da stehen halt auch zwei, was ich schon ätzend finde. Das heißt, wenn ich gegen den Ritter da unten kämpfe, geht mir der andere auf den Lüsse. Ich frag mich halt immer, ob's dann irgendwo da reingeht. Dass man den quasi... Sieht aus wie ein Eingang. Aber ich wette, da drin warten die Nächsten auf uns. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden niemals nur den hier triggern können. Never. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn wir da jetzt reinrennen. Mach Sturzflugangriff. Ich wünschte, ich könnte es tun. Moin. Als ob wir den gerade alleine getriggert haben. Ist hier echt nichts drin. What the fuck? Okay, das ist wild. Junge, wo sind wir hier? Ja, der ist einfach zurückgelaufen. Cooler Typ. Wirf ihm Stein an den Kopf. Hätte er verdient. Glut. Ach, du Scheiße. Wir sind in Hogwarts, Freunde. Das sind die wandelnden Treppen. Nicht bummeln. Du bist ein Lizard, Harry. Oh mein Gott, Franz. Ich bin ein Lizard. Schau an mich. Hagrid sagte, ich bin ein Lizard. Ist das nicht cool? Warum klingt ich wie Halsey? Ich war ein Lilac-Sky. Aber du magst nicht die Hurricane. Fucking Halsey. Ähm. Geil, ich kann das von hier oben sogar drehen. Du bist ein Lizard, Harry. Alter, wenn man da runterfällt, das könnte wehtun. Coggers wäre jetzt noch schön gewesen. Habe ich Coggers nicht? Ich dachte immer, ich hätte Coggers. Ich muss sowieso mal, irgendjemand muss mir mal so eine Emote-Lernstunde geben. Coggers. Jawohl. Joe Cocker. Guter, guter Sänger. Ähm. Was man so für, für gute Emotes braucht. Yep. Cog. Kann man hier nicht runterfallen? Das sieht sehr, sehr am Rande des Nervenzusammenbruchs aus. Ach du Scheiße. Mir wird übel. Freunde, Augen zu... Hallo, Larpis Larissa. Präniuare Wizard. Nice. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Herzlichen Dank für die 5. Danke sehr. Diese Community bringt mich noch ins Grab. Da ist ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer. Danke sehr, Derko, für die 5. Oh, die shit. Danke für den Super... Anor Londo. Der Name sagt mir sogar was. Ist Anor Londo nicht was richtig krasses gewesen? Ähm. Danke sehr. Danke sehr. Teil 1. Ach, guck mal. Da war ich kurz bei Papaplatte und dann komme ich back und höre erstmal Harry Potter. Shoutout an Kevin. Guter Streamer. Ich mag den sehr gerne. Okay. Also diese Ritter sind auf jeden Fall diesen Ort hier sehr untergeben. Ich habe nichts gesagt. Du bist hier nicht untergeben. Ach, du Scheiße, ey. Pack deinen Speer ein, Junge. Ich habe kein Interesse. Warum habe ich dich nicht mehr im Fokus? Was zur Hölle? Hinter mir kommt noch einer, oder? Warum denn? Warum denn? Warum? Warum? Weißt du was? Ich kann zaubern. Ich bin wirklich ein Wizard. Pass auf. Warum kann ich nicht mehr zum Beispiel? Ich dachte, ich bin ein Wizard. Ich bin doch kein Wizard. Oh Gott. Ja. Mhm. Verzieht euch. Hahaha. Ihr Idioten. Mhm. Haha. Fuckers. Kann ich einen von euch alleine... Ihr lauft so krass nebeneinander. Wie soll man einen von euch alleine gerade pullen? Hier. Ähm. Hallo. Burger, Pommes, Nuggets. Bla. Und damit, hallo. Fill hat die Sounds. Leute, wo gehen wir hin? So funktionieren Treppen nicht. Oh, Scheiße. Ja, okay. Ja. Das sieht so lost aus. Das sind auch sendend die ganz kleine Beine. Warum habt... Warum kannst du mir durch mein Schild so krass Schaden machen? Ah, was macht der jetzt? Idioten. Gehen wir gleich wieder die Treppe hoch? Die haben Angst hier vor, hm? Ich sehe das. Ähm. Okay. Also die machen mittlerweile so viel Schaden, dass sie durch mein Schild kommen. Das ist unschön. Du kommst hier immer noch nicht ran. Eigentlich will ich ja nur wissen, was da... Wir haben schon wieder 15.000 Seelen, ne? Wir sollten vielleicht erst einmal leveln, weil dann ist es mir nicht so wichtig, ähm... Dass wir die Seelen verlieren. Wir lassen die mal einmal abhauen. Komm, geht nach oben, Freunde. Da gehen wir nochmal zurück, leveln und dann gehen wir wieder hoch. Der spielt at the moment Sekiro. Papaplatte einfach ich in einer anderen Font. Freunde, könnt ihr bitte gehen? Bitte. Danke. Tschüss. Ihr Level ist nicht hoch genug, um durch die unsichtbare Wand gehen zu können. True. Irgendwie true. An und für sich schon. Das hat Diana sogar mal zu mir gesagt. Das Papaplatte und ich eigentlich sehr, sehr ähnlich sind und dass es ein bisschen gruselig ist. Lachgymnastik. Gute. Dicker, seit wann redest du was im Hinter... Jo, was? Dicker, die macht einen Zauberspruch. Wingardium Leviosa, ich kann gleich fliegen, Alter. Ich hätte gerne mal mehr Konditionen. Los, Kartoffelbrei! Sagst du eigentlich was Neues? Nein. Okay. Verwell. Ja, äh, dir auch einen guten Brunnen. Okay. Anor Londo. Wild. Also wir müssen auf jeden Fall... Aber du bist unterhalten als Pa... Stop it. Ich finde ihn auch sehr unterhaltend. Er hat halt einen anderen, anderen... Stil mit seiner Community. So. Also wir werden die nicht alleine pullen können. Das ist ein Problem. Wir beleidigen Janik nur. Genau. Das tun die bei ihm aber auch. Aber da beleidigen die Kevin, nicht mich. Aua. Ja, dieses Blitzschaden-Ding ist echt ein bisschen blöd. Boah, würde ich den gerne da runterschmeißen. Okay, wenn wir es jetzt irgendwie hinkriegen... Ach du Scheiße! Genau das wollte ich hinkriegen. Und ich habe es hinbekommen. Ach du Kacke. Habe ich dem viel Schaden gemacht? Das war richtig stark. Ja! Bye, bye! Ja! Janik hat eine Elektro-Latze im Hintern. Ich bin's. Janik, können wir dich Kevin nennen? Okay. Booty stimmt. Alter, Moment mal. Digga, dein Bein ist ein bisschen... Das sieht gar nicht gesund aus. Aber... Oh ja, pack... Oh, da geht der Umhang zur Seite. Aber, ähm... Was macht er hier? Die machen alle immer so einen Spagat, ne? Wild. Das sieht gar nicht gut aus. Guck mal, wir brauchten nur ein... Ähm... Ein Estus. Traumhaft. Guck mal, jetzt können wir in Ruhe die Tür öffnen. Ich wette, die Tür kann man nicht einfach so aufmachen. Safe nicht. Man muss bestimmt irgendwie durch die Seitengänge durch oder so. Und die Tür macht man dann von innen auf, oder? Warum höre ich Schritte? Ich mag Schritte nicht. Das war immer ich nachts, wenn ich die Schritte meiner Mom gehört habe und mein Mario... Mein Nintendo DS noch Mario Party geballert hat. Warum hast du rote Augen? Komm, leck mich am Arsch. Nee, nee, nee. No, we won't do that. Warum kommst du an gerade? Junge, Junge. Ich hab... Ich hab... Ich hab doch... Why are you like this? Aua. Aua. Das tut. Das Problem ist, die Ritter, die da oben stehen, die sind da ja immer. Ich finde grundsätzlich kleine Communities viel angenehmer. True. True. Kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ach ey, warum versuche ich denn auch weiterhin zu blocken? Das funktioniert doch eh nicht. Da sollte ich besser ausweichen. Auaah. Auaah. Meine Seelen. Meine Seelen. Äh, gerne, Liz. Gerne. Wie ich gerade merke, bin ich hier für genau diese Panikattacken. Alter, aber wie krass hat der uns... Alter, er hat mich von einer 1,50 Meter hohen Kante runtergeschmissen. Boah, Alter, dieses Video von diesem komischen Kind, was so anfängt zu schreien, es ist mein Leben. Did you just try to hit me? Okay, du hast es nochmal versucht. Rennen durch. Das war ich damals. Ich bin damals immer überall durchgerannt. Deswegen hatte ich wahrscheinlich Dark Souls immer so eine schwierige Zeit. Ach du Scheiße. Das war tatsächlich ein ganz guter Trade. I'm a scat, man. Haben wir noch Peps? Aua. Alter, macht ihr mittlerweile Schaden? Oh. That hurt my Miao Miao. Very badly. Can you like not do this? Bro. Holy shit. Wir hatten noch bisher in keinem Gebiet so krass Probleme mit Menschen. Dingern, Gegnern. Aber das sind halt auch krasse Ritter, ne? Ich meine, wir haben bisher sehr selten gegen solche Ritter kämpfen müssen. Danke sehr für den Eurolus. Herzlichen Dank. Thanks for the support. Danke, dass ihr meinen Pizzakonsum unterstützt. Das ist nett von euch. Danke. Janik hat bei denen mehr Probleme als beim Hohenpriester. Ich würde lügen, würde ich sagen. Es ist nicht so. Diesen Satz werde ich jetzt nur einmal fragen. Aber wie lang ist deine Lanze, Junge? Ist mein Internet schon wieder weg? Ne, ich hatte aber gerade eine rote Verbindung. Das war unschön. Ha! Ha! Warum ist mein Internet gerade so auf rote Bitrate? Warte, das mögen wir hier nicht. Hört auf, hört auf, hört auf. Äh! Aua! Ich möchte gerne einmal kurz meine Konditionen wiederbekommen. Junge, Junge. Ich weiß noch nicht, warum meine Maus gerade... Ich ängstige um dein Internet. Ja, wir hoffen aufs Beste, Freunde. Wir hoffen aufs Beste. Ich weiß noch nicht, warum meine Maus immer außerhalb des Bildschirms hier gerät. Das ist ein bisschen ungeil. So. Jetzt ist alles, glaube ich, gut. Alles so B. Einfach Kopf voraus in der Rüstung, die Treppe runter. Erinnert mich an dieses Video mit diesem Stormtrooper. True. True. Internet, mach nicht diesen. Ja, Mann. Über die Kondition, die ich vor zehn Jahren mal hatte, würde ich mich auch freuen. Ach Gott. Kondition vor zehn Jahren. Was hatte ich vor zehn Jahren? Weiß ich nicht. Einen besseren BMI? Probably. Äh. Da geht's rein. Da ist ein riesiger Riese. Das haben Riesen so an sich. Ich weiß. Nein, das ist ein toter Riese. Nein. Kohle des Riesen. Oh, wir können wieder neue Sachen lernen, Freunde. Blitzen simpel und chaotisch. Uh. Wir können jetzt auch Blitzdings machen, Freunde. Nicht schlecht. Taxis sind nichts anderes als Autos. Same Energy. Da ist ein riesiger Riese. Stimmt. Es ist sehr ähnlich. Boah, ist das hier dunkel. Das habt ihr doch extra gemacht. Können wir das Licht anmachen, bitte? Ich wette, hier kommt gleich so ein riesiger Boss, der so aus Blitzen besteht. Da unten sind doch schon irgendwelche komischen Blödmänner. Kann ich hier nicht eine Scheibe einschlagen und dann ist es hier hell? Alter, was sind das für abgedunkelte Scheiben, ey? Sind wir hier in einem Audi? Es ist nicht viel passiert. Ich bin eigentlich nur in diese Kathedrale gegangen und hab mich die ganze Zeit gefragt, ob man nicht ein Fenster kaputt machen kann oder wie abgedunkelt diese Scheiben sind. Ähm. Damit man irgendwas hier sieht. Hast du eigentlich eine Versace-Kette an? Äh, ja, tatsächlich. Das ist, äh, 500k Karate-Karate-Gold. Ja. Koala hat einfach den Router angegriffen. Ey, ich hoffe nicht. Mega-crazy-Shit. Ganz, 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 ganz verrückt. Brain is live. Ah, cool. Danke dafür, Chat. Aka, mein Programm, was mir gerade gesagt hat, dass ich safe will, dass ich live bin. Ich glaube tatsächlich, es liegt nicht so sehr an Reshade. Er ist durch Reshade ein bisschen heller. Aber nicht viel. Wie viele Zauberer sind da unten? Ein paar. Deswegen ist das hier so dunkel. Damit man, äh, die Zauberer besser sieht. Voll nett von denen eigentlich. So, wir gucken erstmal, ob wir irgendwie die Tür hier öffnen können. Irgendwas ist hier. Ach, du Scheiße. Den haben wir damals nur so durch, durch, durch beschissene Angriffe getötet. Ich weiß nicht, ob ich den richtig töten kann. Ach, du Scheiße. Und diesmal ist nichts mit Käse. Ja, ich merk's. Ja, here we go, wa? Ah, okay, du machst irgendwie so ein Fluchzeug oder so. Naja, mehr oder minder, ein bisschen Käse gibt's noch. Ich kann mich hier hinter verstecken. Jetzt werde ich angegriffen von so einem komischen Müllberg am Boden. Alter, was macht der? Der macht voll viel Fluch. Und ich glaub, Fluch kann einen gut töten, ne? Guck mal, hier ist jetzt so ein kleiner Müllberg, der uns einfach angreift. Das waren die, die so viel aushalten. So richtig unnötig. Stirbt der vielleicht draußen bei Sonnenlicht? Das wär toll. Hat der jetzt links noch den Ritter gerade zu Hilfe geholt? Ich hör den da laufen. No. Jo. Wie sneaky dieser Müllberg aber auch näher kommt, ne? Ach, du Scheiße. Äh, moin. Wenn du jemanden hochhievst, siehst du nur noch den Arsch. Ey, Pock. Junge, was machst du hier? Der wird uns töten, Freunde. Ich sag, wie's ist. Ach, du Scheiße. Das mit dem Tod ist halt sehr gruselig. Hi, Fabi. Welcome, welcome, welcome. Ach, du Kacke. Alter, Ausweichsrollen aus der Hölle. Ah, nein. Ja, hätte man drauf kommen können, dass das passieren wird. Ah, du brauchst nur noch einen Hit, du blöd, Mann. Tschüss. Tschüss. Rubin von Aldrich. Panic rolling for the win. Es hat funktioniert. I'm just saying. Wir haben die Tür vorne auf. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, Freunde, es tut mir leid, dass das Internet heute so oft wegfliegt. Dafür war es in den letzten Streams immer sehr, sehr konsistent. Das muss man zugeben. Man muss dem Internet ja auch mal zusprechen, wenn er was Gutes tut. Und das Internet war und ist für uns alle Neuland. Ach, jetzt steht ihr auch noch da oben, oder was? Ach Gott, ey, das ist ja voll ätzend. Überall sind... Dahinten ist der nächste Boss. Can you like not do that? Da oben stehen zwei? Och, come on. Da ist auch noch einer. Oben. Drei. Are you like for real, for real? Das hier ist safe, ne Mimic. Komm, wollen wir es angreifen? Es ist keine Mimic. Jawohl. Ne Estus-Scherbe, jawohl. Noch ein Estus mehr. Pog you, Alter. Freunde, wir haben keinen einzigen Estus. Wir werden somit definitiv nicht zu dem Boss da vorne gehen. Safe nicht. Warum schreibe ich, sage ich eigentlich immer Pog you? Ich habe das noch nicht mal aktiviert. Pog you war aber eigentlich ein gutes Emote. Können wir mal aktivieren. So, wir werden also auf jeden Fall jetzt erstmal die Estus-Scherbe einlösen. Ach, ja, 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 ja. So. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal, zu dem Nebel durchzulaufen. Kriegen wir bestimmt hin. Aber dafür sowas haben. Warum eigentlich? Einfach eine Bee. Eine gute alte Bee. Moini. Ich habe ein Estus-Scherben-Dings-Bums-Fallerer. Äh, stimmt. Und ich habe Kohle für dich. My, my. The Kohl of that pissable giant. Ich liebe ihn immer noch so sehr, ne? Schmiedbiet, neue EP. Jawohl. Zum, zum, zum. Okay. Also, Freunde. Wir können mittlerweile unsere Waffe mit so vielen verschiedenen Dingen durchwirken. Ist echt crazy. So, Freunde. Wir haben jetzt gerade das Krude-Schwert. Das macht 256 und gefühlt nichts anderes. Alleine mit dem Schweren würden wir schon mehr Schaden machen. Weil da geht zwar der physische runter auf 175, aber er kriegt 105 drauf. Was bedeutet, wir wären bei 280. Das wäre schon viel besser. Scharf ist ein bisschen weniger gut. Aber das wäre dann unten für die Attribute gut. Ja, aber schwer wäre, glaube ich, gerade am besten für uns. Schwer klingt gerade sehr, sehr smart. Die 105 sind der Bonus für deine Stärke. Ja, genau. Dafür kriegt er den Attributsbonus dann. Alright. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erst mal das. Keine Sorge. Ich werde, werde aufpassen. Und Krude hat vorher nichts mit deiner Stärke gemacht. Das ist ziemlich blöd dann gewesen. Gebe ich zu. Das war dann ziemlich stupid. Stupid as hope. Ich habe keine Ahnung von DS-Stats. Same. Äh, wie viel, wie viel, äh, 10.000. Damit können wir nicht leveln. Wir brauchen mehr zum leveln, oder? Ja, 14.000 brauchen wir zum leveln. Aber du hast ja selbst gemerkt. Siehste mal. Ich tue mein Bestes. So, Freunde. Wir kommen jetzt zum nächsten Boss. Angst. Ist da. Angst ist auf jeden Fall da. Ach Gott, leck mich am Arsch. Oh, Pock in den Chat. Was kommt jetzt für ein Boss? Das Ding ist, man hat ja schon vorher irgendwelche Ritter gesehen und shit. Mit Blitz und so Zeug. Ich habe Angst, dass das jetzt entweder ein Zauberer ist. Ah, wir haben gerade eben erst einen Zauberer besiegt. Aber das muss ja nichts heißen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein fetter Ritter ist. So ein fetter Ritter ist irgendwie mit Blitz. Okay, das ist aber ganz cool, dass die Bestie nur einmal kommt. Ja, ja, Nick. Das war... Auf einer Skala war das definitiv sehr, überhaupt nicht stark. Das war sehr, sehr shitty. So. Aldrick. Ach, Aldrick. Dich haben wir gesucht. Ach Gott, nee. Zauberer. Das macht ein Stück ein AOE. Ah. Das dachte ich mir. Du hast... Was? ...what? We don't like that. You did this for what? Why not? Yeah, but why though? I'm the Ausweichs-Maschine, Freunde. Mach dir am Anfang immer ihre... Och Gott. Aua. Alter, machst du viel Schaden, Junge. Und frisst du wenig Schaden. Why though? Okay, was ganz gut ist, ist, dass sie diese Pfeile halt immer nur vor sich macht. Das heißt, der Attacke kann man sehr, sehr gut ausweichen. Uh-oh, Foil. Fire? We don't like fire. Ach du Scheiße. But you did this for what? Wir haben gerade voll viel Feuerschaden bekommen. Und die hat wieder ihre komischen Kügelchen gemacht. Die ja noch rumflitzen. Weitere Kügelchen? Kügelchen? Ha! Die Attacke haben wir noch nie von vorne gesehen. Das war unser Problem gerade. Nein! 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 Es hätte der zweite Try sein können. Oh, wir haben den so krass. Oh, schade. Hätte ich die gerne second tried. Oh, Gott. War das knapp. Die Pfeile. Die Pfeile haben mich da gefickt. Die Pfeile haben mich... ...haben mich... ...big-time-Rush gefickt. Ah! Unschön. Fucking unschön. Ja, der Boden war... Der Boden. Der Bogen war heftig. Ach, ficken. Oder... Ich will eigentlich vorher heilen, damit wir jetzt... Oh, Gott. Nichts im Nacken kriegen. Hilfe. Wollmax. Kannst du bitte nicht immer neue Attacken machen, die wir noch nicht kennen? Da habe ich mich übrigens die ganze Zeit gefragt, ob die Aoe-Attacke auch wirklich Schaden macht. Weil wir einfach nie drin standen, um zu sehen, ob die Schaden macht. Nochmal am gleichen Ort rauskommen. Das war ein bisschen lame. Ah! Das war absolut stupid von mir. Hätte ich lieber die Zeit nutzen sollen zum Ausweichen, statt Schaden zu machen. Okay, wir sind schon beim Feuer. Oh, nee. Macht die immer jetzt Küchen, wenn die abhaut? Das ist aber ungeil. Oh, die macht gefühlt immer Kügelchen. Die würden eine Attacke volle Pulle auf uns machen. Ich sehe es kommen. Oder sie verschwindet jetzt einfach. Ach, leck mich. Wie lange denn? Wieso lebe ich noch? Kügelchen. Kügelchen. Wenn ihr noch einmal ihren, äh, Dings macht. Wenn ihr noch einmal ihren Pfeil machen sollte, bin ich am Arsch. Ich hätte es haben können. Ich hätte es haben können. Guckt euch ihr Leben an. Guckt euch ihr Leben an. PP Overheat! Das seien eher keine Sie. I'm sorry. Stimmt, das ist Aldrich. Aldrich. Wie auch immer. Ich habe die ganze Zeit Sie. Keine Ahnung. Ich habe es immer irgendwie im Kopf gehabt, dass es eine Sie ist. I'm sorry. Wollte nicht missgändern. Definitiv nicht. Ach, Gottes Willen. Alter Vater. Jetzt habe ich mir die irgendwie bergen würde. Ach, du Scheiße, ey. Wisst ihr, was ich witzig finde? Wisst ihr, was ich witzig finde? Den Boss habe ich sogar zum Teil bei Kevin gesehen, bei Papaplatte. Und ich habe gesehen, wie hardcore Probleme er bei dem Boss hatte. Und das macht mich gerade sehr glücklich, dass wir den so schnell gelegt haben. Not gonna lie. Das macht mich gerade happier als alles andere. Schön. Schön. Sehr, 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 sehr schön. Ah, nett. Schön weiter auf Stärke. Dark Souls 3 für Yannick einfacher als Hollow Knight. Ja. Ja. Kann ich vollkommen ehrlich sein. Wirklich. Ich finde Dark Souls 3 wirklich einfacher als Hollow Knight. Definitiv. Bisher. Keine Ahnung, was hier noch für Killerbosse kommen. Aber bisher auf jeden Fall. Ah, well, Matt. Es ist gut, dich in guter Gesundheit zu sehen. Ach du Scheiße. Was brauchen wir dafür? Zwei Titanitbrocken. Okay. Ich will aus dem Schlafzimmer nur ja nicht schreien. Warum bin ich in deinem Schlafzimmer? Hast du mich auf den großen Fernseher im Schlafzimmer gepackt? Sei ehrlich. Komm, sei ehrlich. Okay, hierfür brauchen wir Funkeltitanit. Die haben wir zum Glück noch. Da kommt ein bisschen was... Weil da mein PC ist. Ah, ja, 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 ja. Hm. Der PC ist da, genau. Okay. Sehr schön. Das lief supi. Ähm. Das haben wir auch krude gemacht. Wär's da dann nicht auch schlauer? Ah, nee. Das ist dann aber trotzdem nicht unbedingt... Ah, man kriegt dadurch halt auch einen Bonus. Sollen wir wahrscheinlich trotzdem schon machen. rarere extra... Rarere extra... Leute. Was ist denn hier los? Aber Moment. Wir haben doch jetzt gerade Aldrich besiegt. Das heißt, wir haben tatsächlich neue Fürstenasche gefunden. Der heilige Aldrich des Abgrunds. Ist er das gewesen? Ja. Schau mal, einer guck. Alter, hat der einen Schädel? Junge. So einen Schädel habe ich nur, wenn ich Wein trinke. Heute Abend, Freunde, gibt es übrigens Wein bei mir immer wieder. Haha. How about that? Diana ist heute, das finde ich sehr, sehr süß, ist heute quasi auf einem digitalen Geburtstag. Richtig cute. Also, die treffen sich irgendwie zusammen im Teams, mit Webcam. Jeder hat irgendwie ein bisschen Alkohol, wenn er möchte, oder halt Knabberzeug und so Kram. Ist mega süß. Voll cute. Einfach digitaler Geburt, ist auch mal was anderes. Ich habe die beiden DLCs, ja, aber ist noch nicht sicher, ob wir die spielen. Tatsächlich bin ich auf neue Seelen gestoßen, auf ziemlich viele neue Seelen. Aber ich möchte, glaube ich, trotzdem nicht mein Schwert ändern, weil ich mag mein Schwert. Aber es gibt geile Schwerter. Es gibt ultrageile Schwerter. Holy fuck, sehen die nice aus. Ach, du Scheiße. Hey Zeitmensch. Zauber kriegen wir jetzt natürlich auch. Sehr, sehr cool. Okay. Cool, cool, cool. Wo ist eigentlich Kollege Feuerstein, der hier immer stand und mit uns darüber geredet hat, dass wir Leute töten? Und uns immer so lowkey ein paar Tipps gegeben hat. Wo ist er hin? Liegt es daran, dass wir gerade unsere Glut wiederhergestellt haben und wir die deswegen nicht sehen können? Er ist abgehauen, hat einfach keinen Bock mehr. Da dachte er sich, ach komm, der kriegt das alleine in der Wichser. Wo ist der Zwiebelmann? Ich habe tatsächlich, als ich mein Thumbnail machen wollte mit dem Onion Knight, habe ich nach Onion Knight Bildern gesucht. Der Onion Knight hat einfach eine komplett eigene Questline. Mega interesting. Also es macht Sinn, weil jeder Charakter hat hier irgendwie eine eigene Questline und so Zeug. Ich habe keine Ahnung, wie man die machen muss und so. Vielleicht werden wir es im Laufe dieses Playthroughs noch herausfinden. Aber voll cool. Hatte Tree Rider. Die Questline vom Onion Knight ist aber echt absurd. Okay. Du hast dich selbst gebackseed gamed. Son Goku. Es steht im Titel, es steht in den Tags. Wir sind das erste Mal in diesem Game. Die schaffst du safe nicht, ohne die nachzuschauen. Okay. Okay. Aldrick, der Götterfresser. Ey, ich bin echt ziemlich, ziemlich happy, dass wir den geklatscht haben. Wirklich. Sehr, sehr stark. Übrigens, Freunde, kriegen wir das hin, dass wir diese Follower irgendwann auf 10.000 kriegen? Wenn wir das dieses Jahr schaffen, dann bin ich happy. Wir haben momentan 8.555. Wenn wir die auf 10.000 dieses Jahr kriegen, ey, dann haben wir es geschafft. Dann bin ich, dann bin ich glücklich. Das wäre cool. Also, Freunde, sagt euren Freunden Bescheid. Sagt ihnen, sie sollen hier reinfolgen, weil das der beste Twitch-Kanal in ganz Deutschland ist. Was sind das hier für komische Aufzüge? Stellt euch vor, man wird jetzt einfach an der Decke zerquetscht. So, pff. Tot. He dead. Rohrpost. Stimmt. Sieht echt so aus. Freunde, es kommt jetzt bald eine neue Staffel von Umbrella Academy. Hat jemand von euch Umbrella Academy gesehen auf Netflix? Sehr, sehr coole, äh, coole Serie. Ich war immer noch total schockiert. Ich muss auch zugeben, ich habe sehr wenig Ahnung über ihn. Ähm. Aber ich war schockiert, dass das einfach was ist von Jared Way. So heißt der, glaube ich, ne? Der von My Chemical Romans. Der hat das einfach gemacht. Wild. Ist tatsächlich eine von den Questlines, bei denen ich raten würde, sich zu informieren. Aber jedem natürlich das seine. Ja. Ja, warum nicht? Jo. Holy shit. Jared Way. Ja, äh, das ist das Proteinpulver von, von ihm. Ring der Sonnenprinzessin. Amazing Chester hat. Stell TP langsam wieder her. Bitch, what? Ring der Sorgenprinzessin. Ja. Das ist dein Ring einfach. Das einzige, was mir daran jetzt nicht ganz gefällt, ist, dass wir hier jetzt auf ein Dead End zugelaufen sind, was absehbar war. Weil irgendwann ja hier alle Hütten mal erkundet sind. Aber ich glaube, hier geht es noch irgendwo anders hin. Warum ist der Fahrstuhl hier so viel größer als der andere? Kann man den Fahrstuhl auch hier irgendwie so mit nach unten? Okay, da sollte man, glaube ich, nicht reinlaufen. Nein, das sieht nicht danach aus. Okay, der ist auf jeden Fall tot. So, wir haben auf jeden Fall noch andere Aschefürsten, die wir besiegen müssen. Dementsprechend, wir haben noch gut was vor uns. Als ob ihr hier echt immer noch steht. Lol. Es gibt auch andere Aschefürsten. Da kommt die endlich Freitag Voice wieder raus. Yannick und die Arschfürsten. Die fucking Arschfürsten einfach. Was ist eigentlich? Da will ich auch nochmal hin. Klingt nach einer guten Fanfiction. Try Horse But Whole. Immer noch die Beste. Try Finger But Whole. Oh, Dark Souls Nachrichten. Ey, groß, große Klasse. Das ist das Einzige, was ich vermisse. Weil ich nicht... Ich glaube, die hat man nur, wenn man online anhat, ne? Weil sonst ist ja klar, dass man die Nachricht dann nicht lesen kann. Macht schon Sinn. Ähm... Das ist das Einzige, was ich vermisse. Das ist das Einzige. Die würde ich gerne weiterhin lesen. Ich wünschte, man könnte online anhaben und die Nachrichten lesen. Wie geil wäre es, wenn man mittlerweile so krass wäre, dass man einfach die durch ihren Schild kaputt knüppelt. Ja, wollt ihr alle zusammenkommen? Wollen wir hier eine Party machen? Eigentlich will ich gar nicht gegen euch kämpfen, bin ich ehrlich. Wir haben noch 29.000 Seelen. Ja, YOLO, ne? Au. Boah, machst du wenig Schaden? Du hast mich mal fast gewon-hitted gefühlt. Tja, tja. Äh, ich wollte zu ihr nochmal, weil ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Sie hatte auch irgendwas Verrücktes gesagt. Die hatte nur das mit dem Banner gesagt. Hat die noch was... Wow. Shoutout. Okay. Boah, wie das mich überhaupt nicht mehr juckt, dass die angreifen. Ist das witzig. Ich liebe das. Gehen erstmal nochmal kurz zurück. Und dann gucken wir uns nochmal einmal die, die, äh, Sitzplätze an. Als Yannick das erste Mal OOT gespielt hat und Fabian mich fast gebannt hat. Was haben wir denn hier noch so vor uns? Yorm, der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Ach du Scheiße. Was heißt List? Das ist der Name von Static. Die Wächter des Abgrunds. Ach komm, leck mich am Arsch und das mehrere. Komm, hör auf damit. Mit so einem Kack fangen wir gar nicht erst an. Also wir haben... Ah ne, den haben wir doch schon. Den hab ich doch schon getötet. Wow. Stupid ass hoe. Aber warte mal. Wir haben die Wächter des Abgrunds. Das hier ist dieser Killerthron. Der heilige König Lothric. Letzte Hoffnung seiner Linie. Ich kann mir vorstellen, dass der der letzte krasse Ficker ist, den man besiegen muss. Das heißt, wir haben jetzt noch Yorm, der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Mehr Plätze haben wir nicht außer dem Babaplatz da oben. Das heißt, wir müssen den Aschefürsten, glaube ich, noch finden. Und dann geht's zu dem da oben. Uh. Ich hab halt ein bisschen Angst, weil erstens ist der Sitz hier gigantisch. Und zweitens, hier steht der Riese. Ähm. Wir werden gegen einen großen Mann kämpfen müssen. Nehme ich an. Pfeifet. Jörg der Riese. Das hast du sehr schön und anschaulich geschlossen. Ohne Witz. Das sind diese Momente, die mich einfach wieder wissen lassen, dass ich ein Pfeifet bin. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Junge kein Abitur hat? Ich auch nicht. Kein blassen Schimmer, wie er das nicht haben kann. So, wir gehen jetzt nochmal einmal auf Kondition. Jep. Acht. Echt? Pause Champ einfach. Ich weiß, den hab ich auch nicht aktiviert. Mann, ich muss so viele mehr Emotes aktivieren. Ich muss mehr in dieses Twitch-Game, Freunde. Ihr braucht bald den Six-Head-Emote. Ja, true. True einfach. Bei den Sachen, die ich hier von mir gebe, das ist... safe. Ich find's aber jetzt gerade wirklich ein bisschen schade, dass wir mit dem Typen nicht reden können. Weil der hat mir immer gute Tipps gegeben. Ich hätte gerne mehr Tipps. Please. I'm an idiot. I don't know where to go. Also. Äh, mach das, Rekudo. Guten Appetit. Go up an der Stelle. Also, es geht um eine gottlose Hauptstadt. Haben wir zufälligerweise irgendwo was, was in die Richtung so heißt? Gottlose Hauptstadt. Hohe Mauer von Lodric. Müsste das da nicht eigentlich hier sein? Müsste da dann nicht eigentlich auch der König sein? Pharon. Onion Knight hättet ihr Tipps gegeben. Der saß irgendwo, ne? Garlic Knight. Da ging's runter. Da haben wir dann gegen den riesigen Skelett-Dings gekämpft. Dann sind wir hier hin. Untoten-Siedlung. Toten-Acker. Boah. Ich hab grad Rerap. Keine Ahnung, wo wir hingehen wollen. Sollen. Man, du roch ihn schon aus drei Kilometer Entfernung. Hi, Vicky. Schön, dass du hier bist. Ähm. Was ist, wenn wir mit dem da oben reden? Sagt der irgendwas zu uns? Ah. Nix passiert. Kann ich dir gleich zeigen, Jonas? Ja. Moment. Sprechen. Der sieht so ein bisschen aus wie I am the Senate. Von Star Wars einfach. Von der Werezen antak様 Oh. Ich hab noch qualms. In fact, mithngst du hast helft diese poor lords allein treat the Firekeeper not to. Man merkt, dass man in Onion Knights in der Nähe ist, wenn man plötzlich anfängt zu heulen. Er ist der Sith Master. True. Ja, es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn man hier nicht noch mehr erkunden kann. Es gibt doch hier nicht nur drei Dinger. Dann sind wir rübergeheatet hierhin in die Untotensiedlung. Das war der Anfang. Am Boden der Hohen Mauer. Da waren wir auf jeden Fall auch mal oben und da haben wir mit dem Onion Knight getalkt. Der ist wahrscheinlich jetzt verschwunden. Unverzeihbar. Hass. Möchtest du auf ewig in der Hölle schmoren? Ja, wahrscheinlich. Oder? Aber ich meine, ja, darauf habe ich jetzt geklickt, weil Kuchendienst das geschrieben hat. Das ist wahr. Gebe ich zu. Aber da gab es wirklich noch einen Weg runter, diese Treppe runter, die wir nie gegangen sind, weil wir immer nach links gegangen sind, richtig? Ja, wir sind immer wieder hier hoch hingegangen und sind nie hier runter gelatscht. Das stimmt schon. Ja. Hier waren wir nie. Lysander. Warum habt ihr Angst vor mir? Ich meine, ja, ich töte euch. Wir sollten Angst haben, aber... Ach du Scheiße. Okay. Ja, erst die große Schwester angreifen lassen, ne? Alter, was haben wir mittlerweile für eine Le... Bin's leiste. Ach du Kacke. Aua. Renne noch nicht zweimal ins gleiche Feuer. Wir machen mittlerweile gut Schaden. Das gefällt mir sehr gut. Immer noch so, der Schmerz mit dem ich lebe. Ja. Das Ding ist... Ich glaube aber auch einfach... So, no front. Aber ich glaube... Phil weiß einfach nicht, wie man deinen Namen ausspricht. So, ich glaube, wenn er Lysander sagt, denkt er, er liegt richtig. Ich habe ihm das schon gesagt. Ja. Aber Phil ist ein Three-Head. So, der muss das öfter hören. Aber Phil ist auch lost. Ja. Guck mal, Three-Head habe ich jetzt nicht maut. Gut, dass ihr das bei mir noch nie verwendet habt. Danke sehr. Das ist... Ach du Scheiße. Ja, hier könnte ein Riese leben, gefühlt. Junge, was ist das denn hier für ein Loch? Finstergeist von... Ach komm, leck mich. Leck mich. Ich hasse Finstergeister. Ich sag, wie es ist. Ich habe den Online-Modus aus dem Grund ausgemacht. Damit ich solche Leute wie dich nicht sehen muss. Ich finde, gegen die halt immer so komisch zu kämpfen, weil irgendwie fühlt sich das immer an, als ob man gegen ein Leck kämpft. Ich sag, wie es ist. Au. Ich muss heilen, sonst bin ich tot. Ja, danke. Danke, Gott. Danke. Ja. Ja. Fall hinunter. Ah. Danke. Ah. Die sind immer eine witzige Challenge. Nee. Die können runterrollen. Genauso wie sie es gerade getan haben. Thank you. Auf Titus. Da ich... Oh, okay. Ich dachte... Soll ich ehrlich sein, wie ich deinen Namen gedeutet habe? Ich dachte, Titus wegen der Skater-Marke. Und Jonas ist dein Name. Und Jonas ist sein Name. Äh, okay. Ich kann dich gerne Titus nennen. Ich kann dich aber auch gerne Timon nennen, wie du magst. Ich lerne meine Zuschauer immer sehr gerne kennen. Guck mal, und oben sieht man jetzt, wie sich die TP langsam füllen. Das heißt, wenn man wirklich ein bisschen... Das ist halt sehr langsam, wie sich das füllt. Aber ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Kann man machen. Tinnitus Jonas. Okay. Crazy. Titus Jonas heißt der Onkel von Justus Jonas. Aus die drei Fragezeichen. Hm. Kerker. Tiltet Jonas. Wir werden irgendwann durch den Kerker hier auf jeden Fall mal nach oben kommen. Ja, das ist die Abkürzung daraus. Okay, hier sind auf jeden Fall einige Dinge. Ach du Scheiße, Alter. Digger. Schreien die immer so? Ich hoffe, wer bist denn du? Warum hast du ein Brandeisen, Alter? Vor allem übrigens, wird bald auch eingeführt mit dem Twitch-Sub. Also wenn ihr hier einen Twitch-Sub habt, dann bekommt ihr bald mein Brain-Logo per Brandeisen auf den Hintern. Nur damit ihr Bescheid wisst. Was macht meine Ex in Dark Souls? Das Mod-Logo auf dem Arsch können wir auch machen. Als Mod darf man sich das tatsächlich aussuchen. Moin. Okay. Kann man das auch auf andere... Man kann es auf andere Personen transferieren. Natürlich. Ähm. Indem ihr denen einen Sub schenkt. Klar. Kein Thema. Kann man machen. Prädestiniert dafür. Es war... Ach du Scheiße. Es war so klar, dass man da runter... Nee. Euch habe ich nicht vermisst. Ich habe nicht einmal richtig gegen euch gekämpft, weil ich euch Scheiße fand. No. Okay. Brandeisen kommt dann in der E-Mail. Ach du Kacke, Alter. Fängt er hier an im Hintergrund zu fappen. Ich hätte Janik gerne als Sticker. Das könnte man eigentlich wirklich mal machen. Schon funny. Damit schon im zweiten Monat. Jacksepticeye. Herzlichen Dank. Freut mich sehr. Schön, dass du weiterhin ein Sub bist. Willkommen weiterhin der Fan. Viel Spaß mit den Emotes. Jetzt will ich sehen, wie du den Brand magst. Ah, das kriege ich hin. Ich habe Connections. Ich war gestern auch noch am Brunchen mit PewDiePie. Oh Gott. Wir werden hier die Fackeln brauchen. Alter, habt ihr zufälligerweise... PewDieBranch. Habt ihr zufälligerweise... Dieses Instagram-Bild von Marzia gesehen. Wo PewDiePie auf dieser Leiter ist. Can we talk about... How fucking shredded PewDiePie ist? Das hat mir Angst gemacht. Alter, der hat ein Sixpack für vier Personen. Der ist der muskulöseste Mann aller Zeiten. Der ist so fucking ripped. Kriegst du ja die lustigen Statuseffekte gar nicht mit. Naja, den Statuseffekt von den Maden, den haben wir schon in einem anderen Gebiet mitbekommen. Und das fand ich ultra schrecklich. Ein 24-Pack. Ja, true. Wer... Hat die gerade meine Lebensleiste niedergemacht? Das Ding ist, die ganzen Dinger da rundherum leben. Ah, scheiße. Voll verhaspelt hier, ey. Ach, komm. Drauf da. Hat die meine Lebensleiste geringer... Die hat meine Lebensleiste nicht nur ein bisschen geringer gemacht. Habt ihr gerade gesehen, wie meine Lebensleiste... Meine Lebensleiste ist gefühlt gerade um vier Level gestiegen. Was ne Sau. Guck dich an und furzt erstmal die Olle. Voll frech. Was ne Sau. Richtige Pottsau. Komm, leck... Nein. Nein. Ich will mein Leben behalten. Oh Gott, das sind viele. Nein, 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 don't. Okay, ja, kotzen dürft ihr. Kotzen ist vollkommen okay. Aber holt nicht so ein Ding aus eurem Magen. Das mögen wir nicht. So was machen wir nicht. Ach Gott. Nein. Das Ding ist, wenn jetzt irgendeine hier offscreen ist, ne, die ich nicht direkt sehe und die uns trotzdem verflucht, sind wir ein bisschen gebumst. Warum sehe ich jetzt schon meine Lebensleistung? Das ist aber mega interesting zu spielen, Freunde. 500 Quotes! Sehr schön. Danke sehr, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, Realtalk. Danke listest du da immer so voll hinterher, bis hinter den ganzen Quotes. Okay, links ist irgendwas Abgefucktes auf dem Boden. Das heißt, auf den Zug ran, komm, geht schief. Und wir kriegen den da auch nicht wirklich rausgepult. Es ist interesting, wenn man ohne HOD spielt. Aus dem Grund, weil man dann oben eingeblendet bekommt, wenn was mit seiner Lebensleiste passiert. So, gucken wir mal auf die Lebensleiste, ob die auch offscreen uns das jetzt abzieht. Nee. Aber wir könnten es geschafft haben, dass wir den hier links pullen. Ah, nicht ganz. Deine Quotes sind einfach mein Lebenswerk. True. Das Ding ist jetzt, seit der links freie Bahn auf uns zuzurennen. Egal, wir rennen durch. Ach du Scheiße, guck mal, wie die unsere Lebensleiste dann runterziehen kann. Wie schnell. Habt ihr gesehen, wie schnell die runtergegangen ist? Guck mal, wie klein die jetzt ist. Aber ist sie jetzt gleich wieder voll, oder ist sie dann bis da runter gesegelt? Die ist dann leer, an der Stelle, die noch fehlt. Alter, okay. Hi, die Scheiße. Rein da. Hi, Thomas. Kuss. Dicke, was wartet hier auf uns? Der ist gar nicht hier drin. Was zum Fick ist das Ding da rechts? Was zum Fick ist das Ding da rechts? Ist der böse? Ich kann nicht mit ihm reden, aber ich kann ihn auch nicht in Fokus nehmen und er greift mich nicht wirklich an. Schilliger Dude, ja, true. Voll der coole Kerl einfach. Willst du zwei Hundebilder haben? Äh, sehr gerne. Stimmt, du hattest am Anfang geschrieben, dass du irgendwie zwei Yorkshire Babys kriegst. Voll süß. Das ist bestimmt auch von der anderen Seite zu, oder? Oh, what if guess? Hier kommt man auf jeden Fall nirgends durch. Das ist auf jeden Fall bisher echt das größte, angsteinflößendste Gebiet. Also das Gebiet hier ist fucking terrifying. Ernsthaft. Das ist ultra abgefuckter Shit. Von den Gegnern von allem her. Hallo, Meryl's da. Mega gruselige Scheiße, ey. Digga. Ey, ich möchte am wenigsten gerade irgendwie kommentieren, weil ich einfach diese gruselige Stimmung für euch hier aufrechterhalten will. Weil ich will, dass ihr das gleiche fühlt wie ich. Diese Angst. What the fuck? Alter. Warum werft ihr mit Kacke, Alter? Frech. Janik, in fünf Minuten hör auf die ganze Zeit rumzuschreien. Ich suche einen Ausgang, Gottverdammt. True. Das bin halt echt gerade ich. Alter, was ein absolut gruseliger Kerker. Sehr gerne. Sehr gerne. Ey. Oh, alter Zauberer. Das ist erst, was ich höre, was zum F. Ja? Gute Beschreibung für den Ort hier gerade. Durchaus, Mann. Durchaus. Ach du Scheiße. Also, das ist ein Ort, den hätte ich auch nicht unbedingt erkunden müssen. So. Das hier hätten sie gerne auch, gerne auch optional lassen können. Hätten mir nicht weh getan. Ich kann halt hier runter springen. Aber dann bin ich doch nur da, wo ich auch unten rumlaufen kann. Right? Right. Bringt uns also nicht so viel weiter. Ach wo, der ist doch voll angenehm. Ja, ey. Es ist einer der schönsten Orte, wirklich. Ich meine, ich will jetzt echt ungerne gegen den Gefangenen erkämpfen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir gegen ihn kämpfen müssen und dann irgendwie einen Schlüssel kriegen oder so. Glaube ich aber nicht. Warum sollte der einen Schlüssel haben? Das würde nicht wenig, nicht viel Sinn machen. Was schreit uns hier eigentlich die ganze Zeit so an? Das muss eigentlich über uns sein, ne? Ach, guck mal. Bist du jetzt glücklich, weil ich dich befreit habe? Ne. Jetzt können wir die Tür öffnen. Ich hätte auch sehr gerne einen Shiba Inu oder einen Korgi. Oh, Korgis sind so süß. Kennt ihr diese Katzen, die aussehen wie Korgis? Die so ganz dünne Beinchen haben, also ganz kleine Beinchen haben. Und der Tami von denen, der schleift fast auf den Boden, weil die so kleine Beine haben. Das ist so süß. Okay, wir haben Schlüssel gefunden. Schlüssel zu versperrten Fenster des Kerkers. Ist das das für ganz an den Anfang? Gehen wir mal da hin. Alter, Leute. Ich in Mathe. Das bin ich, wenn ich nicht streame, Freunde. Das, das me right there. So vertreibe ich meine Zeit. Falls ihr das schon mal wissen wolltet. Das ist so weird. Ich weiß nicht, ob damit hier dieser Weg hier gemeint war. Ne. Zweiter, wie ihr vielleicht wisst. Leidet Janik in diesem Spiel. Eins in den Chat für gut Glück. Jepp, jepp. Jepp, jepp. Eins in den Chat, Freunde. Der Allerechte. Hans war wieder hier. Hans. Danke sehr, Hans. Herzlichen Dank. Ne, Realtalk. Thomas, danke für den Euroband. Danke für den Support. Kuss. Boah, ohne Witz. Dieses Gebiet ist unfassbar gruselig. Nein. Könnt ihr einen auch umbringen, weil der ja irgendwann unsere ganze Lebensleiste einfach weg macht? Gibt es noch eine Mindestlebensleiste, die ich behalte? Weißt du, bevor ich jetzt da runtergerannt bin, hätte ich erst mal von oben gucken können. Ich alter Pepega. Lassen wir unsere Lebensleiste mal wieder sich aufbauen. Ne? Einer meiner Yorkshire ist Eiskalt Threepwood genannt. Mein erstes Game jemals war Monkey Island. Erinnert ihr euch noch an, äh... Mein Affen Island Playthrough? War gut, ne? I remember that. Okay, die sind nicht immer freundlich. Alright. Hättet ihr sein können. Aber was soll... Wie soll man es denen verübeln? Natürlich sind die nicht immer freundlich. Ich meine, das sind Gefangene. Woher sollen die wissen, dass ich ein netter Mensch bin? So klar wollen die uns vielleicht hops nehmen. Weil die denken, dass wir nur ein anderer sind, der die in diese Gefangenschaft gebracht hat. Das war blöd reingelaufen. Hi. Was? Ach, hier ist noch so ein Käfig. Oh, hört auf mit der Kacke zu werfen. Das ist echt eklig, Junge. Ich glaube, da hinten war direkt noch so einer der... Ah, ne? Da ist der... Der Dings. Pums. Ich weiß, dass ich dieses... Das Ding da vorne gerne hätte. Aber ich weiß, dass das ziemlich sicher eine Falle ist. I knew it. Trotzdem bekommen. Oh, Ruckler des Todes. Me no like. Alter, die halten echt viel aus. Ach wo? Wie kommst du da rauf? Moin So, jetzt hört er auch endlich mal auf zu schreien Eigentlich erlöse ich sie nur von ihrem Bösen Das steht doch auch hier im Vaterunser Ich tu nichts Schlechtes Ich hätte ehrlich gesagt echt sehr gerne Neues Leuchtfeuer Ich meine das sagt man immer in diesem Spiel, keine Frage Aber dieser Kerker macht mir zu große Angst Ich will ein neues Leuchtfeuer Okay, da unten warten irgendwelche Bitch, what Das hier könnte eventuell gemeint sein mit gottlose Stadt Vielleicht ist hier wirklich der Riese Das sieht auch sehr danach aus mit so einem Kolosseum und so Quatsch Holy shit Okay Okay Sagt das Vaterunser auf, aber zapp, zapp Ich will mich nicht blamieren Ich weiß nicht, ob ich das noch kann Ich vertausche da immer irgendwelche Zeilen Ferse? Wie nennt man das? Och Gott, hör auf Ich kann euch noch nicht einschätzen, das ist das Problem Ich weiß nicht, wie viel... Moin Aua Was meint ihr? Wie viel halten die wohl aus? Ach, was? Ist ja nix Alter, die haben mega die geilen Masken Die haben so wie so Medusa-Masken haben Die es sieht voll cool aus Oder bin ich gerade nochmal ausgewichen? Du Junge, Junge, das war knapp Sichel Sabrina aus dem Nix Fucking Sichel Sabrina einfach Szene, dass das ein Mimic ist Und wenn jetzt noch einer in den Chat irgendwie mal wieder reinkommentiert Von wegen, es gibt nur einfachen Trick, um herauszufinden, ob es das ein Mimic sind Hört auf Stop it Stop it, get some help Da fällt man runter We don't do that Ach, ähm, guten Morgen Den bann ich weg Danke Guck mal, die machen den Bonk Freunde, guck mal, ich hab sie gefunden Ich kann jetzt leider nicht umschalten I'm sorry Stellt euch den Bonk-Sound vor Just imagine Ich dachte, ihr kommt da nicht durch Er wollte Bonken, aber ich hab's nicht zugelassen Haha Idiot You can't bonk by me What the fuck Doktoren hassen diesen Trick Für zwei Wochen direkt Es gibt einen einfachen Trick Oh, direkt weggebannt Mimics sind halt nicht nur saugruselig, sondern die machen halt so verfickt viel Schaden Das macht mir einfach so krank Angst Leute Wir kommen hier so nicht weiter Ihr macht mir einen Blutungsverlust I don't like that shit Hallo, Woidrix Könnt ihr nicht einfach zu mir kommen So, es wäre Für jeden von uns einfacher Oh, hi, thanks for checking in I'm still a piece of garbage Danke sehr, Kampfgeeks Danke sehr für die 21 Monate Lange, lange Zeit Ich weiß nicht, wie ich's geschafft hab, aber irgendwie hab ich die hier getriggert Ohne die Armbrust, äh Männer da zu triggern Das war wild I don't know how I did that Ich werd eine Armbrust, glaub ich, in den Nacken kriegen Oder auch nicht Nice Vielleicht, weil die Armbrust immer ne bestimmte, einen bestimmten Abstand braucht Du hast gerade Macarena zu nem Sub-Sound gemacht Ey, dadadada Das ganze Geld auf deinem Nacken Von mir selber Danke sehr für den Resub, Kampfgeeks Herzlichen Dank Extrem lange Zeit Sichel Sabrina Digga, was ist das für ein Schnarchen? Schläft Diana hier nebenan? Upsi. Hoffentlich hat sie das nicht gehört, Freunde. Wir müssen leise sein. Du vermisst den Sound. Der Sound war schon sehr, sehr gut. Alter, wer schläft da? Das ist Thomas. Du bist in Hürth. Thomas aus Hürth. Oh, two Giftsubs again. If it wouldn't be broke right now. Ey, alles gut, alles gut. Keine Sorge. Ihr müsst hier nicht die kranken Giftsubs mal rausschallern. Ich glaube tatsächlich, wir müssen da runterfallen. Ich glaube allerdings, wenn wir da runterfallen, werden wir eine bad time haben. Ist das nicht der Riese? Could it be? Fingerbutthole? Wir lassen den jetzt ganz lieb schlafen. Wir werden jetzt ganz langsam dran vorbeilaufen. Guckt mal, wie müde der ist. Guckt mal, wie müde der ist. Ach so. Es gab eine Leiter. Okay. Das wusste ich. Wie viel Leben habe ich verloren, dadurch, dass ich da runtergeplumpst bin? Habe ich überhaupt Leben verloren? Ah, schon ein bisschen was. Okay. Aber ich möchte so auch noch an ihm vorbeilaufen und dafür muss ich die Leiter benutzen und nochmal runterspringen. The more you know. Spitzhacke. Leute, Minecraft! Ich liebe es, wenn man Wörter sagt, die mit einem Schrei perfekt enden. Ja, Mann. Diamonds. Alter, wie viele kommen da raus? Lach. Das hier könnte tatsächlich nach oben führen. Äh, wo wir die Tür von der einen Seite nicht öffnen konnten. Alter, könnt ihr aufhören, hier noch gruseligere Geräusche reinzupacken? Ach, du Scheiße, Alter. Entweder beide oder eine davon ist eine Mimic. Wie ich mein Glück, keine beide. Ich werde gar nichts mit denen machen. Und wenn da, keine Ahnung. Das Ultima-Schwert aus Kingdom Hearts ist. Geht's hier irgendwo hin? Ei! Ich bin ein fahrrad. Ich bin ein fahrrad. Vielen Dank. Das ist ja nämlich ein Clip aus dem Resi-Remake. Boah, das war immer noch richtig unangenehm. Wir haben halt wirklich eine Stunde Spielzeit da damals verloren. Das war wirklich anders scheiße. Fuck du, du Runterschubser. Boah, die können so schnell dein Leben runterballern. Während du die angreifst, machen die einfach... Eigentlich müssen wir da hinten den jetzt auch noch töten. Weil sonst haut der uns gleich in den Rücken. Alter, uns fehlt immer noch voll viel Leben. Ist das, weil der uns auf dem Kieker hat? Ey, es ist so pervers. Aber guck mal, wir können doch eigentlich den, den einen Part, der so richtig nervig war gerade, mit den Saufielen, können wir überspringen, indem wir hier runter plumpsen. Und dann sind wir fast schon wieder da, wo wir gerade waren. Weil die Seelen möchte ich auf jeden Fall wiederhaben. Das waren eine Menge Seelen. Ja, der ist zu groß. Der wird hier nicht durchpassen. Warum habe ich aber mein Leben immer noch nicht wieder? Ich glaube, wir haben immer noch den Fluch von irgendeinem auf dem Nacken. Und anscheinend ist das nicht mit Range beglichen, sondern mit, äh... Mit dem Tod von dem Gegner. Ich wollte gerade sagen, du warst hier doch noch irgendwo. Hm. Ja, die ganze Zeit so wenig Leben zu haben, ist halt auch ein bisschen Arsch, ne? Tell you how they is. So, die kommen jetzt aus allen Ecken, oder was? Beziehungsweise alle von hier hinten wahrscheinlich. Ne, aus allen Ecken. Ich höre hinter mir ein. Äh, ne, alle hier. Okay, moin. Guten Tag. Da hätte man schlechter spielen können. Das war gut. Das, das lief. Das lief. Sehe ich mich. Sehe ich mich. Okay, wir müssen jetzt nochmal da hinten hin. Wir haben zwei mit einer armen Brust. Einen mit einer Sichel. Weiterhin zwei mit der armen Brust. Der will noch weglaufen. Hey. Komm mir nicht hinterher, bitte. Stopp jetzt. So. Das war echt eine krasse Armee, Alter. Junge, Junge. So, ich möchte auf jeden Fall meine Seelen wiederholen, weil ich auch so ein bisschen... ...die Hoffnung habe. Dass wir da dann die Abkürzung zu dem Leuchtfeuer finden. Also wir merken uns am besten in diesem kleinen Abteil da vorne... ...nicht gegen die fette Ratte kämpfen. Klappt nicht so gut. Am besten gegen gar nichts hier drin kämpfen. Aua. Aua. Moment, sind meine Seelen jetzt auf ewig verschwunden oder... Ne, die sind da okay. Alles gut. Wann kam denn die Ratte? Vielleicht rennen wir rein. Ach, hier sind zwei. Fuck you. Danke. Immerhin hast du deine Seelen wiederbekommen. Ja, Mann. 38.000. Ey, Junge, Junge. Das ist eine Menge. Okay, wir können den Part nach hier unten öffnen. Das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so geil, weil da drin standen ultra viele mit so einem Fluchmüll. Ja, wären die in Oblivion gefallen, das wäre sehr ungeil gewesen. Ich glaube tatsächlich, Where mit H. Würde ich jetzt aber auch nur aus dem Bauch raus sagen. Don't really know. Krasser Trip hat es ja angefühlt, als wäre ich durch den Boden gefallen. Ja, wir haben immer noch nicht unser volles Lebenspotenzial, glaube ich. Hey, Mayra. Schön, dass du hier bist. So, da geht es auf jeden Fall noch nach unten weiter. Alright. Ja, also da geht es auch nach unten, unten weiter. Das lassen wir erstmal außen. Obwohl, da gehen wir jetzt als nächstes wahrscheinlich hin. Was haben wir hier noch? Hier ist noch eine Leiter. Ja, das werde ich jetzt einfach mal eben kurz sein lassen. Der ist jetzt ja schon am weglaufen. Ah. Also man kann auf jeden Fall da unten hin. Da kann man auch irgendwie dann so so eine Wendeltreppe hochlaufen. Das sieht beinahe aus wie diese Treppe, die... Ah. Bin ich mir unsicher. Dann würde ich sagen, geht es jetzt tatsächlich in diesem Hauptraum weiter unten. Auch wenn mir das gar nicht schmeckt. Willst du mich verarschen? Ich verarsche dich immer. Danke, Kuss. Ach, du Scheiße. Äh, viel Freude. Titus. Viel Freude. Die laufen auf jeden Fall alle in meinem Kreis. Good to know. Zehn lutschende Larrys. Jawohl. Das Ding ist, die können einem halt einfach das Leben komplett entziehen. Alter, guck mal, wie viele das sind. Man muss eigentlich alle gleichzeitig hitten. Sonst hast du hier keine Chance. Ach, Gottes Willen. Highfire, mein. Brrrrr. Ach... Können die uns komplett killen? Ja, wenn die jetzt noch mitmachen sind, wird's gleich wahrscheinlich komplett tot. Wir können ihrem Fluch entkommen, wenn wir weglaufen. Also hat doch was mit der Entfernung zu tun. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Das ist keine Falle. Wer ist er denn da vorne? Wer ist er denn? Alter, dieses ganze Gebiet ist so ultra scuffed. Wie ich gesagt habe, die gottlose Hauptstadt, die wir gesucht haben. Hier wird auf jeden Fall noch ein... Leck mich am Arsch. Hallo, Whispering-Nerd. Angriff! Und Angriff! Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Gut Nietzsche in die Runde. Jawoll. Bats in 2020. Oh Gott, stimmt. Alter, das ist die Fledermaus, die Corona zu verdanken hat. Arschlauch-Fledermaus. Der wiegt doch eine Tonne und hat steife Flügel. Watch him fly! Hat starke Flügel. Also, alleine von meinem Gefühl, wie ich Dark Souls mittlerweile kenne, bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass wir noch einen fetten Arena-Fight hier gegen irgendwelche Gegner haben. Also sehr viele Gegner, die aus allen Ecken kommen. Aber dann könnte es sein, dass wir tatsächlich das nächste Leuchtfeuer finden. Also meine Hoffnung ist sehr, sehr groß, dass wir noch ein Leuchtfeuer bald finden. What did I tell you? Will you look at this? Sehr nett. Wir sollten jetzt auch mal wieder unsere komplette... Ist das wirklich unsere ganze Lebensleiste? Sie kommt mir viel kleiner vor, als es eigentlich war. Aber das muss unsere ganze Lebensleiste sein, anders geht's nicht. Wild. Ich dachte, wir hätten eine längere Lebensleiste. That's what I thought. Na ja. Ich schwitze vom Sitzen wegen Koffeinschub. Leben ist gut. Boah, ich hab gestern zwei Kaffee getrunken, aber ich musste gestern auch recht viel arbeiten. Da ist Kaffee ein gutes Ventil dafür. Hört ihr schon das Schnarchen? Ach du Scheiße. Hört ihr das Schnarchen, Junge? Ach du Kacke. Moin Max. Moin Max. Junge! Du bewegst dich wirklich viel zu schnell dafür, dass du aus Stein bist. Er hat sich mit seinem... Mit seinem Flügel einfach... Junge! Okay. Das klang halt wie ein richtig tiefes Moin, als der angefogen kam. Moin Leute, Trimax hier. Das hier. Ihr Wichser. Schaff ich den Sprung? Jeder würde dem Ding einfach hinterher rennen. Aber ich kenn Dark Souls mittlerweile gut genug, dass man das nicht tun sollte. Ey, mittlerweile glaube ich, dass der Riese, den wir... Den wir da in dem einen Dings schlafen gesehen haben, dass das vielleicht tatsächlich der Riese ist. Oder der Riese war. Den wir besiegen müssen. Hier unten sind übrigens wieder die Viecher. Wärst du runtergefallen, hätte ich geheult. Haha. Dance Dance Revolution, warte. Yannick ist in Dark Souls über ein Loch gesprungen. Maxim ist glaube ich fünfmal teilinander runtergefallen. Ja Maxim ist aber auch eine lebende Legende. Aber guck mal, hier kann man auch runterfallen. Oh, der Sprung ist allerdings schon wieder ein bisschen weiter. Da habe ich auch Respekt vor. Aber kommt, in dem anderen Gebiet bin ich 10.000 mal runtergefallen. Als ob der da jetzt einfach so rumliegt. What the fuck? Ich glaube sowieso, dass es hier sehr viele Löcher gibt. Und ich glaube, dass da unten sehr viele von diesen ekelhaften Kreaturen sind. Das sieht allerdings jetzt aus, als gäbe es jetzt kein Loch mehr. Nein. Jawohl. Jawohl. Okay. Also wir müssen das Gebiet gerade so ein bisschen... Aufteilen, wo wir als nächstes alles hingehen wollen. Da unten wartet noch einer. Da unten geht es irgendwie zu einer Zeremonie. Keine Ahnung, wo es da abgeht. Die haben einfach einen riesigen Pot da stehen. Absolut wild. Ich glaube aber tatsächlich, dass es da in Richtung, Richtung Boss oder irgendwas geht. Heilsfresse. Okay. Ach, das ist auch noch Giftsee. Boah, wäre hier wie Maxim so oft runtergefallen. Ey, ich hätte geschrien. Giftig. Wir müssen Moosklumpen essen. Ich habe keine Moosklumpen. Hahaha. Fuck, haben wir irgendwas gegen Gift? Mindert Gift. Sehr gut. Du brauchst das Scheiß hier unten zu sein. Aha. Okay, jetzt muss man am besten noch warten, weil ich möchte nicht nochmal so ein Ding verwenden, weil dann müssen wir da rüber und ich habe Angst, dass uns das zu viel jetzt reinhaut. Toxic von Britney Spears starts playing. Ah fuck it. Ich will weiterkommen. So, was wartet hier oben wohl auf uns, Freunde? Was meint er? Es klingt, als ob was ganz, ganz Böses auf uns hier wartet. Vielleicht noch nicht hier, aber ein Stück weiter oben wartet etwas auf uns. Junge, dieses Schnarchen. Junge, was? Wer ist er hier? Au. Auch. Du bist ein richtiger Kämpfer. Try me, bitch. Schau, Max. Schriftrolle von Logan. Crazy. Lohans Zauber lernen. Wild. Klingt jetzt nicht unbedingt schlecht. Mach das nächste Mal ein Dolch-Only-Run. Ja, wahrscheinlich. Gemütlich. Gemütlich gehender Geralt. Eieieiei. Eieieiei. Danke sehr. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass jemand Anonymous geschenkt hat. Wild. Wenn man seiner Freundin nicht erzählen will, dass man gerade Sub-Gifts gekauft hat bei Yannick. Einfach Anonymous gehen, Freunde. Dann merkt das keiner. Dickes LCBL in den Chat für den Sub-Gifter. Oder Gifterin. Haben wir jetzt eventuell die Abkürzung gefunden? Schlüssel des Werters. Mit vielen Schlüsseln. Eventuell können wir damit oben jetzt das Dings öffnen. Nein. Ich hasse euch. Wo kamt ihr auf einmal her? Wild. 9K-Bits gedroppt. Ja moin, Alter. Sind das nicht irgendwie 90 Euro oder so? Junge. Wild. Ich muss halt ehrlich zugeben, ich weiß noch nicht ganz so genau, wo ich als nächstes langlaufen will. 110 Euro. Bro. Holy shit, ey. Wir können da vorne auch in das Gebäude rein. Alles wirkt gerade irgendwie wie so ein gruseliger Weg, den man gehen kann. Götterzorn. Alter, das sind einfach Hände. Das sind schlafende Hände. Ich glaube gegen den zu kämpfen ist richtig asozial. Und ich wette hier läuft einer drin. Danke sehr für dich für die neuen Bitslist. Herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir versuchen einfach unser Glück, oder? Oder wollen wir uns erstmal hier hinten droppen lassen? Droppen erstmal hier hinten. Ich habe so Angst gegen das Ding zu kämpfen. Das schläft halt gerade auch so friedlich so. Warum sollte ich es besiegen? Ist gerade so lieb am, am sloopen. Why should I kill it? Abfall. Ja, ein Glück. Warum klingt das so, als ob hier die ganze Zeit irgendwas neben uns läuft? Ich kann mir halt vorstellen, dass die Hand einen packt und so zermürbt in der Luft. Und einen instant killt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ultra viel aushält. Einfach Masterhand. True. Ja, fuck it. Okay, er hält viel zu viel aus. Der setzt sich einfach auf seinen Hintern. Ich fühle mich ein bisschen eklig, dich so anzugreifen, bin ich ehrlich. Seht ihr, das meint es. Und wir sind tot. Wir sind tatsächlich nicht tot. Pock in den Chat, Freunde. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir sind nicht tot. Ich war mir jetzt so zu Millionen pro Prozent sicher, dass wir tot sind. Hier schläft auf jeden Fall irgendwas gigantisches im Nebenzimmer oder so. Ganz wild. Das Teil war schon interessant. You can call it interessant. True. You can do that. Okay. Also da geht es auf jeden Fall noch zu diesem Riesen weiter. Zu einem der Riesen. Hier konnten wir das von oben, das Spektakel, so ein bisschen angucken. Ähm. Da gibt es eine Leiter runter. Ich glaube, da können wir mal als nächstes lang. Ja, ist so. Alles hier schläft einfach und es ist am Schnarchen. Es ist absolut wild einfach. Ah. Irgendwo sitzt so ein Typ in einem Regen und deckt sich solche Mistviecher aus. Rostige Münzen. Hey. Schon verrückt, was sich hier manche Leute ausdenken. Das ist true. Ich glaube, man muss hier hoch und dann da hinten runter. Gut, wir setzen uns jetzt nochmal... Warum funktioniert der Bonk-Sound auch hier? Aber... Was? Okay. Ich weiß nicht, ob ihr dieses leise Bonk gehört habt, aber ich habe es gehört. War verrückt. Wie viele Seelen haben wir gerade? Um Gottes Willen, wir müssen leben. Ich renne doch... Ich renne hier die ganze Zeit unwissend mit 55.000 Seelen rum. Can we talk about that? So. Rich Rich ist so. Ja, weiter auf Stärke. Kenn ich nix. Stärke. Zack, zack. Können wir irgendwas mit... Haben wir... Kannst du Vic kurz die Animation zeigen? Äh, klar. Ich hoffe, dass die funktioniert. Ausrufezeichen Bonk in den Chat. Okay, sie funktioniert nicht. Well. Schade. Es ist ne witzige Animation. Let me tell you this. Waffe verstärken. Kann ich das gerade? Nein, wir brauchen immer noch Titanitbrocken dafür. Okay. Haben wir sonst irgendwas? Wir haben untoten Knochen-Splitter? Wann haben wir den denn gekriegt? Ich beschwere mich nicht. Es ist sehr, sehr gut. Ultrasick. Leuchtfeuer Stufe 5 schon. Junge, ey. Absolut wild. Absolut wild. Wir haben jetzt mittlerweile schon neun Estus plus 4. Crazy. Sieht einfach aus, ob die Leiter nebenbei kaputt geht, ey. Hilfe, Hilfe. Okay. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier auf engstem Raum... Okay. Au. Und nebenbei gegen dich kämpfen? Nicht ganz so geil. Sind die da gerade einfach verschwunden? Sind die da gerade einfach verschwunden? Ja. Bye, bye, Miss American Pie. From the Chevy to the levee. Kann man hier überhaupt runter? Nicht, dass ich jetzt einfach gedräng... Davon gedrängt, dass ich hier gejagt werde mit dem Feuer. Irgendwo in meinen Tod renne. We don't like that. Oh Gott. Warum denn immer so ein Kultistenscheiß? But why though? Das Ding ist... Ich glaube... Alter, sind hier viele Schätze. Junge. Ich glaube, viel aushalten tun die nicht. Ich glaube aber, dass die gut Schaden machen können. Das ist ein viel größeres Problem, als viel auszuhalten. Oh-oh. Okay. Aua. Puh. Die meisten Designs hier von uns sind 10 aus 10. Ey, safe. Ich finde, das ganze Game hat so viele unterschiedliche Orte einfach. Die so geil aussehen. Das ist absolut crazy. Ich frage mich jedes Mal, wie man noch so ein krass neues Design entwickeln kann. Obwohl man schon... Au. So viele verschiedene Orte hat. Kannst du bitte dein Schild droppen? Du weißt selbst, dass ich dagegen nicht ankomme. Okay, ich muss erstmal... Kondition! Au. Geht doch. Ah. Ja, die haben schon so viele verschiedene Gebiete gemacht, dass ich jedes Mal wieder schockiert bin, wenn noch mal so ein komplett neues kommt, wo du dir denkst, okay, davon hast du noch nichts gesehen. Wieso sieht das jetzt noch mal so neu und anders und krass aus? Oh. Majestic. Danke sehr. Herzlichen Dank, Philipp. Erneut für ein Sub-Gift an Voidrix. Viel Spaß mit dem Sub. Viel Spaß mit den Emotes. Viel Spaß... beim nächsten Boss-Fight, ha? Ach du Scheiße! Boah, was ne Mucke. Okay, es muss irgendwie... Es muss irgendwie was anderes geben gegen den. Ich mach ihm 70 Schaden, das kann nicht sein. Man muss ihn irgendwie zum Sturz oder so bringen oder irgendwas anderes muss man tun. Ach du Scheiße! Ich kann verschiedene Dinge anvisieren, daran liegt's. Ich muss auf seinen Kopf gehen, wenn er eine Attacke nach unten macht, glaube ich. Beziehungsweise irgendwie seinen Kopf angreifen. Ich weiß nur noch nicht wie. Was passiert, wenn der all die Dinger hier kaputt macht? Fällt dann vielleicht die Decke auf den Kopf? Wer weiß? Wer weiß? Zwei gibt's noch. Keine Ahnung. Okay, es passiert nichts, wenn man alle Dings kaputt macht. Alright, good to know. Der bleibt halt nie lang genug unten, als dass ich dann irgendwie gut an seinen Kopf kommen würde. Hätte ich jetzt Zaubersprüche, könnte ich gut an seinen Kopf. Anders ist es gerade recht schwierig. Hm. Oder die Waffe, die wir hinten gefunden haben, ist die einzige, die gut gegen ihn ist. Weil die irgendwas besonderes hat. Das Ding ist, ich kann jetzt nicht mit Fight eben meine Waffe changen. So schnell bin ich in dem Menü jetzt nicht. Das krieg ich nicht hin. Dann müssen wir gleich nochmal einmal neu in den Fight. Das Ding ist total gekulmized, richtig? Der Martine hier arbeitet? Der Steuer ist tot. Und Lass mich nicht zuerst. Scarab geht'sne guOh evolves wie die Philippe sie oder deles ist. Warum steht da Nachricht lesen? Normalerweise haben wir keine Nachrichten mehr, weil wir im Offline-Modus sind. Was steht auf der Nachricht? Nur ein Sturm kann das Großholz! Ich wusste, dass es an der Waffe liegt. Okay, wir müssen die Waffe benutzen, die hinten bei ihm lag. Alright, good to know. Ich glaube nicht, dass ich es mit Fight hinkriege, meine Waffe zu changen. Ich glaube, da bringt er uns vorher um. Ja, ich finde die Waffe noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, welche Waffe das war. Ehrlich gesagt würde ich mich jetzt, glaube ich, killen lassen. Kann man einen Heimatknochen bei einem Gegner verwenden? Das ist ja wild. Das war es, glaube ich. Ich habe es nicht, dass ich mich nicht verstanden habe. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Shit War das knapp alter Ach du scheiße Moment bevor wir das jetzt hier nehmen Also wir haben neue Waffe bekommen die mit diesem Sturm Wo ist die Ist das vielleicht ein Key-Item? Nee Sturmherrscher War das die? Die haben wir gerade aufgenommen Sturmkönig Aber Moment Warum hat die FP Kosten? Moment mal kurz Ein Großschwert, das auch als der Riesentöter bekannt ist Die zerbrochene Klinge birgt noch die Kraft der Stürme, die Riesen zu Fall bringen kann Jorm der Riese führte einst zwei dieser Schwerter Einst gab er an Ungläubige, das andere an einen alten Freund, bevor er zu einem Aschefürsten wurde Fertigkeit Sturmkönig Zieht in der Haltung Stürme zu der Klinge Am effektivsten im Angesicht eines Riesen Was bedeutet in der In der Haltung Wahrscheinlich so Weil das ist das einzige was mir Sinn machen würde in meinem Kopf zur Haltung Sturmkönig 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 Ahhhh, okay. Da wäre es fast schon schlau, weil das werden wir ja häufig verwenden. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der da durchfrisst. Wenn wir ein bisschen auf Lebenstränke verzichten, um auch Estus-Tränke zu haben. Ein Ventilator. Ja, sicher. Okay. Interesting. Das wird ein interessanter Fight. Aber Leute, können wir mal bitte kurz darüber reden? So, ne? Ehre wem Ehre gebührt. Eigener Schulterklopfer kurz auf mich. Wie geil habe ich schnell kombiniert, dass das wohl irgendwas mit der Waffe oder sonst was zu tun hat. Können wir darüber reden? Ventilator. Ventilator. Ben Ventilatilator. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man... Wir können es gerne einmal versuchen, ob man durch schnelles Rennen an den ganzen Gegnern vorbeikommt, damit wir direkt zum Boss kommen. Das fände ich natürlich am geilsten, aber das ist ja jedem klar, dass man sich da am meisten freuen wird. Hilfe. Wenn man da nach unten droppt und dann an denen vorbeiläuft, an dem Feuerbums, kommt man am schnellsten zu dem Boss, glaube ich. Habe ich überhaupt jetzt den anderen Estus-Trank da? So, den sollte ich mir dann vielleicht auch hier reinpacken, damit das gut funktioniert. So. So. Dieses rennende Pepe-Emote. Äh, wir haben jetzt, ähm, Pepe-Overheat. Aber das ist, irgendwie muss man da jetzt nochmal alles refreshen und so, bis das wirklich im Channel drin ist. Das ist immer so ein bisschen extra Sport. Ja, ist gut. Ist gut für die Konditionen, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon... Ah, guck mal. Aber im Chat kann man es unten schon sehen. Guter, Pepe-Overheat. Vielleicht jetzt nicht nochmal genau den gleichen Fehler machen. Ich dachte, du wärst tot. Ich war mir wirklich, ich war fest davon überzeugt, dass der tot ist. Well. Falsch gedacht, würde ich sagen. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal hier dran vorbeizulaufen. Das war jetzt ziemlich dumm, dass wir ein Estus dafür abgeben mussten. Wodidies, wodidies. So. Zack. Zack. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie man das so lange... Oh. Oh. Yo! Yes, Sir! Deswegen macht ihr auch so häufig die Attacke. Weil die uns halt daran stört, dass wir unseren Zauber aufladen. Scheiße, ich habe daneben gehauen. Aua! Er hat dafür nicht daneben gehauen. Ach, scheiße. Ich verballer gerade meine Heiltränke. Komplett stupid. Boah, du Sackgewicht. Wie er extra gewartet hat. Du Hund. Komm her. Ach du Scheiße. Auch wenn ich den da jetzt hätte so einen Backstab oder so reindrücken können. Ich habe keine Ausdauer, deswegen. Ich habe keine Konditionen gerade. Komm schon! Yes! Ah, ein Kindle-one. The fire fades and awaits its one last Lord. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Damn. Holy shit. Jetzt sind wir bei ihr. Remember her? Prince Lothric Becken der Gelübde. Becken bei Statue eines enthaupteten Ritters platzieren. Ist das der Ritter, den wir da einmal gesehen hatten? Ah, nee. Ist er das? Ah! Ich will nochmal zurück. Kann ich nochmal zurück? Ach du Scheiße. Ich wollte mich doch nur umgucken. Ach du Scheiße. Ich bin mit. Ach du Scheiße. Ich bin mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach du Scheiße Uff Danke sehr Hunschnie für 19 Monate Herzlichen Dank Extrem lange Zeit Danke Mann Das ist das Salz Telefon Sie sind falsch verbunden Alright Also wir wissen jetzt auf jeden Fall Wo wir das Ding hier hinstellen müssen Um zu kämpfen We know that Very good Ganz kurz Whatsapp Hast du mir Bilder geschickt? Guck der mir gerade zu Gott ist der süß Gott ist der süß Und der Hund erst Gott ist der süß Hach Cute So Freunde Ich mach's gerne so Spaß So Spaß So Spannend Wie immer Ich muss jetzt wirklich mal Ich hab jetzt mittlerweile So viele Bosse besiegt Ihr müsst mir mal einmal kurz nachsehen Dass ich auch auf Toilette muss Aber Freunde Ich kann gerne für euch Ich kann für euch gerne Hier Den Beathammer anmachen Hier Den könnt ihr euch nebenbei anhören Wenn ihr möchtet Alright Ich hab grad schon von jemandem gelesen Dass er 5 Stunden bei dem Boss saß Den wir jetzt als nächstes besiegen müssen Außerdem Hat Orlando ja bei dem einen Boss gesagt Der hat eine Woche gebraucht Den hab ich in 2 Trice geschafft Wir werden sehen Wer hier das Recht behält We will Oh Moment 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 Wovor wir jetzt zu dem Boss gehen Können wir Jorm der Riese hier noch ablegen Bitte Ist das ein Schädel Alter Junge Haben wir sonst noch was von dem bekommen Ne Okay Was ist jetzt bei Jorm der Riese Das sieht aus Ah ne Das ist einfach dahinter noch Jetzt der Thron Okay Den Schädel hatte ich in meiner Gesäßtasche Ja Den hab ich da verstaut Okay Von da aus müssten wir jetzt eigentlich wieder In diesen Kirchturm da reinrennen können Stellt euch vor Das ist ein optionaler Boss Wenn man bei dem Boss Den Heimatknochen benutzt Dann kann man den nie wieder besiegen Und man muss jetzt eigentlich zum nächsten Boss Stellt euch vor Das wer will Oh Junge 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 So wir werden jetzt erstmal versuchen Da nach oben zu latschen An den ganzen Gegnern vorbei Boah Aber Jorm der Riese zu bekämpfen Mit diesem eigenen Mit der eigenen Waffe War richtig geil Das war richtig cool gerade Ah ne guck mal hier ist doch schon die Nebelwand Der Nebelneak ist schon hier Guck mal man sieht sogar schon das Feuerschwert hier durchblitzeln Aua Kann es sein Dass man die wirklich nicht besiegen muss Boah macht man da wenig Schaden Ja gar nicht so wenig Schaden Ich habe richtig Angst was passiert wenn die einen packt Ich möchte es niemals herausfinden bitte Okay zweite Phase hat zwei Schwerter Oh der Ass Die Attacke ist ganz schön fies Ah Ich hätte meine Estos wieder umtauschen sollen Das war hella stupid Ich könnte jetzt mehr Heilung haben als ich habe Lasst uns jetzt bitte alle kurz im Chat ehrlich sein Hätte ich mehr Estos gehabt Hätte ich auf jeden Fall Wenn es noch eine andere Phase gibt I don't know Aber hätte ich das auf jeden Fall first tried Oh das macht mich jetzt richtig fuchsig Dass ich das nicht getan habe vorher Weil wir hätten die first Zumindest das was da jetzt gerade zu sehen war Hätten wir first tried Das wäre insane gewesen Nice Alter ultra geil Okay Wisst ihr was mir ehrlich gesagt aufgefallen ist Bei Bossen bei Dark Souls Man kann bei Ich glaube das ist auch ein großes Problem Was vielleicht Das klingt jetzt so herablassender Als ob ich Ahnung hätte von dem Game Ist halt null so Denkt das auf gar keinen Fall Aber Mir ist aufgefallen Sehr viele Bosse Kann man Einfacher bekämpfen In Anführungszeichen Wenn du ultra mit denen kuschelst Wenn du einfach voll auf Tuchfühlung gehst Und ganz nah an die ran Treffen dich die Hälfte Der Der Attacken nicht Janik kannst du solche Games echt nicht vorwerfen Alles viel zu easy Ich hab halt Weiß ich nicht Vielleicht ist das wirklich so Jeder hat ja so ein Fable für ein Game Ich kann solche Spiele irgendwie Das ist crazy Ich liebe sowas Vielleicht sollten wir dann wirklich auch mal die anderen Dark Souls Teile spielen Wenn ich Dark Souls 3 jetzt echt doch schon so ganz gut beherrsche Weil ich muss ja auch an und für sich einfach zugeben Ich hab jetzt viele Bosse second tried So für Dark Souls Verhältnisse ist das insane Man sitzt gerne an so einem Dark Souls Boss Boss auch mal irgendwie Was weiß ich wie lange Ich weiß nicht ob ich es jetzt wieder schaffe Weil das waren gerade viele Attacken Denen bin ich gerade sehr sehr krass ausgewichen Durch Glück Möchte ich zugeben Ich seh nix Alter die zündet die ganze Kirche hier an Als ob die mich da jetzt mit der Rückhand noch getroffen hat Ja das war jetzt gerade sehr viel zu greedy Weil wenn man bei der Attacke einfach ultra nah an der dran bleibt Hittet die einen nicht einmal Und das ist absolut wild Weil die Attacke sieht aus wie eine prädestinierte Attacke Die einen komplett bummst Alles klar Das ist absolut Geschwindig Und das ist die Welt Und das ist die Welt Wand Ich muss mal wieder angreifen Ich verteidige nur noch Das bringt nicht so viel, wenn man sie besiegen will Nein, scheiße Das Design von der und der Musik ist ultra gut Man, ich hätte die gerne Second Ride Ich hätte die auch gerne First Ride Ich glaube auch immer noch Bin ich ziemlich fest von überzeugt, dass man Bosse am einfachsten Also du hast die größte Chance, einen Boss zu töten Beim allerersten Mal Nicht die größte, aber Du hast eine sehr große Chance Ihn beim allerersten Mal direkt zu schaffen Weil du da nicht so viel Angst hast Und noch nicht so krass weißt, was wirklich auf dich zukommt Und dass manchmal was Gutes ist Das Design von dem Boss sieht halt absolut geil aus Okay Vollkommen verdienter Schaden Okay, neue Attacke, die wir vorher noch nie gesehen haben Alright Ja Kann einer bitte diesen Sanchi wegbannen Keine Ahnung, sieht Ultra-Bot hier aus Hat sich nur den Namen irgendwo hergeholt und den Titel Wild Danke sehr Bots in 2020 Omega Lul Warum ruckelt eigentlich Dark Souls manchmal so heftig Das ist echt ungeil Dann war er latched und ist jetzt traurig Das ist okay Ich brauche niemanden, der meine Designs oder so macht Das kann ich schon selber Das passiert, wenn er einen trifft Hatte einen Grund, warum ich die Attacke nie sehen wollte Eieieiei Third time the charm was a lie Richtig fies Die kriegen wir, die kriegen wir tot Wir sind schon weit gekommen, das kriegen wir hin Oh ey Sticht der noch in den Nebel, der Hund Alter, warum habe ich jetzt plötzlich bei jeder Attacke größere Probleme Oder bei jedem Try eher gesagt Nein Tötet ihr einen komplett? Nahezu Man muss näher an sie dranbleiben Ich gehe gerade viel zu oft weg von der Man kann die Attacke blocken mit einem Schild Junge, was? Manchmal bin ich echt schockiert, was man blocken kann So jetzt dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben Scheiße man, ich krieg's nicht mehr hin Ich hab jetzt zu viel Angst, weil ich das jetzt immer wieder neu versuche Scheiße Hätte ich beim ersten Mal fucking die Estus getauscht Hätte ich beim ersten Mal diese Estus getauscht Ich hätte sie first tried Es war der einfachste und beste Versuch, den ich bei dem Boss bisher hatte Ah Scheiße Boah, fickt euch doch, ey Wirklich, ihr seid nichts Seid nicht schwer und nix Ihr nervt nur Verpisst euch Frech Ah Wenn ein NPCs vor einem Bossfight treffen, ey Ohne Witz Ich reg mich am wenigsten über Bosse auf Ich reg mich viel eher drüber auf, wenn mich so Pimmelgegner vorher treffen Das ist viel schlimmer Ich hätte definitiv mal meine Kondition öfter leveln sollen Ja genau, tritt einfach mal einmal zwischendurch Die Attacke kannst du doch nicht Schilden Knapp Ja genau, tritt einfach mal Hätte ich mein Schild einfach weiter oben halten müssen Mann, warum weiche ich denn aus? Das gibt's doch nicht, Mann Ich hatte doch noch Schild Ich hatte genug Kondition Warum weiche ich aus? Ah Übrigens, wisst ihr, was ich eigentlich mit am frechigsten finde? Ganz kurze Frage Die heißt ja Tänzerin, ne? Im Dark Souls Community Ding, wie auch immer Nennt man den Boss normalerweise einfach die Tänzerin oder so? Ist das auch, nennt man das auch so? Würde mich wundern, wenn man die anders nennt Dancer, weil wenn es so ist, ich wünschte, dieser eine Typ wär nochmal da, weil es kam einer rein, als wir in dem zweiten Gebiet waren und hat gefragt, ob ich die Tänzerin mache Junge, das war der krasseste Spoiler für einen späteren Boss Ich wünschte, ich wüsste noch, wer das geschrieben hat, ey, der wird hier ein Permaband kriegen Der hat, als wir beim dritten Boss oder so waren, gefragt, ob wir den Boss hier machen Junge Und dann geht es nicht D Ordnung Also können wir den Boss hier machen Also gucken wir die Tänzerin Und dann geh called Und dann gehst du Sünd Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! Jetzt nicht zu greedy werden hier am Ende Gigi's, Gigi's in den Chat, okay Wie er Booty wappelt, wenn man ihn trifft Sick! krasser Bossfight. Krasser Bossfight. Ich wüsste, ich wünschte, kann man das später nachgucken? Sieht man später so eine Statistik, wie viele Tode man bei Bossen gesammelt hätte? Oder hat? Boah, das fände ich so interesting. Weil ich glaube, ich bin da echt mega krass unterwegs. Boah, hätte ich jetzt einen Pickkinder-Pinguin, ich würde es essen. Das wäre der Wahnsinn. Ja, wir gehen nochmal auf Kondition. Das macht mir sonst zu zu viel Angst, wenn ich so wenig Konditionen habe. Ja, lieber nochmal auf Kondition gehen. Wir können leider uns immer noch nicht göttlicher Segen, crazy. haben leider immer noch nicht die Titanitbrocken. Was ist das Problem? Becken bei Statue eines enthaupteten Ritters platzieren. Ist das jetzt da dann gewesen? Äh, ich hab... Ich hab noch 50.000 Seelen, ja. Brauch ich mehr als 50.000 zum Upgraden gerade? Ach, der hat ihn einfach nicht angenommen. Ich hab einfach B gedrückt, ich stupid ass idiot. Stufe 60 sind wir damit jetzt. Danke sehr. Danke sehr, Titus. Stufe 60, ey. WoW Classic durchgespielt, Freunde. Ab geht's. Okay, also er ist jetzt auf jeden Fall der Letzte, der uns noch fehlt. Der Heilige König. Ich bin ein guter Backseat-Gamer. Ihr seid wirklich sehr selten, aber euch gibt's true. Jorms Großmachete, Jorms Großschild. Wild. Dafür braucht man 40 Stärke. Ich hab 39. Von daher, vielleicht sollte ich mich nicht so sagen. Boah, 40. Ich bin nah dran. Alright. Krass, ey. Krass, krass, krass. Ey, Freunde, wir machen so krass Progress. Ich find's wild. Ich hab echt gedacht, wir brauchen bei vielen Bossen sehr viel länger, aber ich hab die immer so schnell hinbekommen. Das macht mich echt happy. Alter, ich bin immer noch am Zittern, wie sonst was. Aber soll das hier der Becken abstellen? Ja, okay. Mein Bild ist auch echt gut. Ohne Witz. Das macht mich so glücklich, dass es so ist. Schneidet der jetzt seinen Kopf ab und der fällt da rein? Oder fängt der an zu bluten? Beides wäre interesting. Ach du Scheiße. Der fängt an zu bluten. Wie geil. Boah, sieht das krass aus. Das macht mich so happy, dass mein Bild gut ist. Ey, ohne Spaß. Ich hatte richtig Angst, dass... Das war meine größte Angst. Ich hab immer kacke gelevelt. Deswegen ging's mir immer kacke in Dark Souls, als ich nur ein bisschen gespielt hab damals. Kommt da jetzt die Leiter runter? Ja. Äh, Farragamer, wir haben... Äh, du hast ne Menge Bosse verpasst, tatsächlich. Ich kann dir sehr das YouTube-View-D ans Herz legen, was dann die Tage online kommt. Weil wir haben hier wirklich sehr, sehr viel... ...gemacht. Heute waren sehr... Genauso wie gest... äh, vor... Äh, äh, Mittwoch. Mittwoch. Da haben wir auch sehr viel Progress gemacht. Guck mal, und jetzt müssen wir wahrscheinlich jetzt noch dieses ganze Gebiet hier nämlich erkunden und finden noch andere Leuchtfeuer und Quatsch. Oder? Oder geht man jetzt instant irgendwo hin? Da geht's gerade aus auf jeden Fall irgendwo hin. Ein Tannebaum. Oh, guck mal, da ist irgendein Ritter. Bitch, what? Ich hasse dich weiterhin. Wird sich nicht ändern. Auch wenn ich mehr Leben hab' und Zeug... ...bist du trotzdem immer noch ein Sack. Tannebaum... if... Ich hätte keine Leben in es... Der erste Titanitbrocken Not bad Ganz Zeit am Fettrollen Bin ich schon wieder am Fettrollen? Ich dachte, das ist erst ab 70 Ist das schon ab 60? Achso, damals hast du das Achso Du redest von dir Okay, gut, 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 gut Ich hatte kurz ganz, ganz große Angst Weil meine Rolle hat sich jetzt noch nicht so schlimm angefühlt Äh Was ist, wenn ich da schon hätte rausgehen wollen? Da ist Gift am Boden Garten des verzehrten Königs Ach du Scheiße, ey Die fanden wir ganz am Anfang von Dark Souls 3 Ganz, ganz gruselig Ne Estus-Scherbe Alter, damit haben wir jetzt schon 10 Irgendwann muss ich mir echt mal Goldtublonen zulegen Um dich damit abzuwerfen Bitte nicht Noch ein Titanitbrocken Das heißt, wir können unsere Waffe jetzt nochmal verstärken Du, wenn ich unbedingt gegen die Gegner gerade kämpfen muss Dann müssen wir es auch nicht tun Ei Das klingt, als ob gerade die schlimmsten Gegner hier nebenbei hochlaufen Das ist so einer, der diese ganzen Kack-Dinge auf den Boden gemacht hat, ne? Ja Die explodieren I remember this shit Ich könnte jetzt hinten zu seinem Rücken laufen und ihn versuchen zu backstabben Aber dann sind halt die Dinger, die explodieren Das ist halt echt kacke Komm, du hast echt nur noch einen Danke sehr Ach du Ey Ey What the fuck Irgendwas hat mich rausgetappt Ich weiß nicht, was mich rausgetappt hat Aber ich werde dieses Programm gleich in seine Grundbestandteile umbringen Oh Gott, die brauchen ja immer noch so viel bis zu sterben Und sind immer noch richtig gruselig Erinnert ihr euch daran, dass das auch der erste Boss hatte? Diese Judix Gundi oder wie er hieß? Der hatte auch das Zeug hier Ich würde gerne überleben, bitte Hilfe Das funktioniert Somehow So, ich muss mal einfach kurz raustappen Was war das? Found Updates for V-Gem-Bus-Driver Ich weiß noch nicht mehr, wer du bist Du hast mich gerade fast umgebracht Alter, der, der den Shader gemacht hat, heißt Marty McFly Wie geil ist das denn? Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall da hinten hin Würde ich jetzt einfach mal so Schluss folgern Ey, ohne Scheiß Ich will nicht gegen eins von den Dingern noch kämpfen Der Design-Typ von vorhin war das Safe Guck mal Hab ich mir schon fast gedacht, dass die einen bis hierhin nicht unbedingt verfolgen Wir könnten hier wen rufen Ach du Scheiße Alter Da ist ein Ritter, da ist ein Ritter Da ist ein Zauberer Das alles hier ist scuffed Aber komplett Da gibt's ne Treppe nach oben Die Treppe will ich gehen Ja, das hat nicht so viel gebracht Kommt man irgendwie hoch zu dir Vom Inneren aus, ne? Hm, wahrscheinlich Kämpfst du auch face to face? Ne, du machst nur irgend so'n Läuterungsscheiß, ne? Komm on Komm down hier Try me, bitch Weil sobald ich jetzt versuchen würde, den da zu besiegen Wird der mir bestimmt in den Nacken hauen Ich weiß doch, wie das hier mal läuft Okay Ach stimmt, das war der Ritter, der einem überhaupt kein Chill lässt Tritt der mich, Alter Ist nicht dein Ernst Lass uns mal bitte auf eine Plattform gehen, wo man einigermaßen gut sehen kann, was passiert So, ja, komm her Ich werde das Rufsymbol nicht berühren, keine Sorge Okay Also, ich werde das lieber Ich werde das nichts anderes Ich werde das nicht berühren Ich werde das immer zurück Ich werde das nicht berühren Ich werde das nicht berühren Du absoluter Bastard. Du Sau. Das war ein Sack. Wo geht es denn hier geradeaus weiter? Wir sind nie geradeaus gelaufen. Boah, ey, diese Ruckler, ey. Ich will echt meine FPS nicht einblenden lassen. Es ist gruselig, wie sehr das manchmal runtergeht. Kann ich gegen dich kämpfen, ohne dass dein Kollege dir hilft? Nö, natürlich nicht. Was macht dein Kollege? Dich heilen? Ich glaube, der heilt dich, wa? Der Wichser. Komm, trau dich alleine, irgendwo anders hinzugehen. Komm mit. Du gehst ja nicht raus, ne? Weil du nicht mehr geheilt wirst. Ja, wir müssen ihn erst töten. Natürlich beschützt du deinen Heiler. Du Fotze! Was ein Sack. Können wir... Fabi, wenn du gerade nichts zu tun hast, ne? Mach gerne einen DLC-Comment, wo du einfach reinschreibst, ja, er hat die DLCs, nein, er weiß noch nicht, ob er sie spielt. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten. Ich finde es verrückt, wie viele neue Leute immer durch Dark Souls reinkommen. Und das freut mich natürlich, klar. Danke sehr. Aber immer wieder diese gleichen, neuen, selben Fragen. Das regt mich halt ehrlich gesagt nur so auf, gerade. Weil der hier halt, überhaupt kein Leben hat. Der ist 3-Hit. Und das hält ihn hier nur am Leben. Ich glaube leider, dass er dadurch einen Bach hat. Der hat sowieso die ganze Zeit geheilt wird. Hätte ich gewusst, dass ich da durchkomme, hätte ich weiter angegriffen. Ich dachte nur, sein Schild hält er sich da gerade vor. Soviel dazu. Wird er gerade denn geheilt? Ja, er wird geheilt, auf jeden Fall. Jo, leck mich am Arsch. Hat er sich schon ernst? Ey, ohne Scheiß, wirklich. Freunde, tut mir leid, aber mir irgendwann, ich bin echt ein netter Typ, aber irgendwann platzt mir der Geduldsfaden. Wenn ihr in einen Stream reinkommt, der keinen Bock hat auf Backseat Gaming, es steht in den Text, es steht im Titel. Wenn ich keinen Bock habe, beim ersten Playthrough irgendwas zu hören, dann sollte eine Frage von euch nicht anfangen mit Hat er schon Punkt, Punkt, Punkt. Weil zu 80% habe ich es nicht getan und du hast mich gerade gespoilert. What the fuck, Alter? Es ist wirklich nicht schwer. Das können Grundschüler. Du sagst ihnen eine Regel und die halten sich dran. Wild. Absolut wild. Hat er den Bach noch durchbekommen? Ja, schade. Oh, war vielleicht verdient der Schaden. Ich habe da gerade sehr asozial angegriffen. Der benutzt seinen Schild nicht so wirklich. So, ich gerade auch nicht. True. Aber er gefühlt noch weniger. Wenn er sich nebenbei heilen kann. Nein, bin tot. Ich hätte ausweichen sollen. Ich hätte noch einmal ausweichen sollen. Ja, natürlich kann man sowas vermuten, aber wenn man vermutet, dann... Das hier ist kein Channel, wo man vermutet. Wirklich. Es ist nicht irgendwie... Hier gibt es keinen Spielraum. So, ihr redet über das, was ich jetzt gerade auf dem Bildschirm sehe, weil mehr kann ich auch nicht wissen. Das ist nicht so schwierig. Ja, ich benutze jetzt Shadow Reno und deswegen sehe ich die wieder. Ich muss das mal ausstellen. Wäre es schön, ihn hier links zu killen. Ja, jetzt sterbe ich eben. Habe ich es jetzt geschafft, dass er den Buff nicht hat? Crazy. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Kann ja doch sein Schild benutzen. Ah, okay. Wenn man so versucht, ihn anzugreifen. Ach, du Scheiße. Boah, warum bist du denn so ein kranker Wichser? Nein, 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 nein. Ich sterfe jetzt nicht wieder so kurz vorher. Danke. Danke für den Kommentar, Fabi. Herzlichen Dank. Und sowieso weiterhin danke, dass du so ein Auge auf den Chat hast. Sehr, 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 sehr schön. Ah. Das Bitch ist dead. Du hast mein Schwert. Da ist doch schon wieder so einer, der einen Buff macht. Und mein Schild. Komm her. Try me. Ach, Gott. Ey, ohne Scheiße. Ich finde es so unfassbar dumm, wenn man eh schon gegen so einen Kack-Ritter kämpfen muss, wenn der dann immer mit seinem Bruder ankommt. Muss das? Besonders, das ist der, den ich gerade so scheiße fand, nur ohne rote Augen. Boah, wie dumm. Hi. Ist hinter mir schon so ein Kollege. Tatsächlich habe ich es hingekriegt, die zu trennen. Ey, wie schnell kannst du dein Schild bitte richtig wieder halten? Okay, da haben wir gerade... Ah, fuck. Au. Der spielt gut. Der spielt sehr gut. Die können manchmal auch riechen, ob man noch Konditionen hat, ne? Ich bin tot. Oder auch noch nicht. Piext ja so hinter seinem Sch... Sein... Sein Dings da raus. Oh, super. Einfach Chat ausstellen, ist bei Dark Souls tatsächlich wohl das Beste, so wie es aussieht. Kommt mir zumindest so vor. Boah, das ist doch der Ritter, wie gesagt, den wir gerade hatten, nur ohne rote Augen. Der ist nicht cooler geworden. Ich habe jetzt nur weniger Estus. Hätte er sein Schwert in zwei Hand gehalten und hätte dann durchgezogen, wäre ich tot gewesen. Aber aus mir unerklärlichen Gründen hat er das nicht getan. Der hätte mich enden können. Warum hast du das nicht getan? Warum hat er uns nicht geendet? Freunde, der Ritter hat ein Herz. Vielleicht hat er Mitleid mit dir, ihr Säcker, Alter. Was ist das jetzt hier? Ein Leuchtfeuer. Direkt hier nebenan noch ein Leuchtfeuer? Sounds fishy to me. Gelobt sei die Sonne. Ich könnte mich da jetzt natürlich dran setzen. Das machen wir jetzt einfach mal, dann habe ich mehr Estus, bevor ich da oben weiterlaufe. Wie viel Seelen habe ich gerade? 12.000. Okay. Krass. Direkt ist man wieder bei den, bei den Rittern. Holy shit. Was natürlich Sinn macht, aber was auch gruselig ist. In a way. Das da ist ne Memeck. 100 pro. Ohne Witz, ich glaube ich mache einfach nie wieder Kisten auf. Ihr werdet mich nie wieder sehen, wie ich Kisten aufmache. Ihr seht jetzt nicht so aus, als werdet ihr krass. No Front an der Stelle. Sagt ihr und kriegt trotzdem von einem noch Schaden reingedrückt. So richtig unnötig. Uff. Kann man in den Kamin? Muss man hier vielleicht tatsächlich endlich mal gegen diesen einen Drachen kämpfen? Ach du Sack. Wer guckt denn da oben hin? Was geht? Yo. Can we talk about the fucking sun? Und das, was davor gerade so rum blitzelt? Ach du Scheiße. Was hat das überlebt, finde ich fast frech. Achso. Moin. Moin. Pflaster. Phoenix. Ach du, warst du für nur noch. Ach du. Mach du Sack. Mach du Sack. Mach du Sack. Ach du. Mach du Sack. Mach du Sack. Mach du Sack. Mach du Sack. Genau, in dem Moment wird wieder wegen dem blöden Mimics gefragt. Ey, ssssss. Weiß er das mit den Kisten? Vielleicht biete ich irgendwann mal so eine kostenlose Schulung an. Ach du Scheiße. Für Backseat Gaming. Ich war absehbar, dass sowas passieren wird irgendwann. Ich war absehbar, dass sowas passieren wird irgendwann. Ich dachte, wir hatten den Links damit jetzt auch noch getriggert. Oh, komm ey. Yo! Where the fuck do you come from? Alter, ihr kamt gerade beide aus dem Nichts. Boah, sind das viele Estos, die ich verschwende? Boah! Kinder! Fuck all of you. Warum ruckelt es so? Es ist Dark Souls 3. Wir spielen hier gerade nicht Crysis 7. Warum ruckelt es? Ich verstehe es nicht, warum man nicht an Kisten geht, warum man nicht... Ey, ohne Scheiß. Aber das Ding ist auch einfach, Dark Souls ist so ein Ding. So, gerade das sind dann Probleme... Dinger. So, warum diskutiert ihr? Warum diskutiert ihr einfach? Wirklich? Es interessiert mich dann auch nicht die Bohne, ob ihr noch hier seid. Überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht, warum man Daitan übersieht. Ich verstehe es nicht, wie man so ein Vollidiot sein kann. Und warum man anderen die Spielfreude nimmt, indem man unfassbar dumme Fragen stellt. Halleluja, ey. Ich habe mich bei anderen Dark Souls-Streamern im internationalen Bereich, die ich sehr gerne gucke, gefragt, wie man irgendwann so zynisch werden kann, wenn Leute halt irgendwelche Sachen fragen. Ich weiß wie. Du musst das Spiel einmal on Steam durchspielen. Und du bist der größte Zyniker. Wild, wild, wild. Ah, ich habe schon wieder den hier oben vergessen. Der muss auf jeden Fall irgendwie... Ach, von da! Da ist einer. Okay. Ja, kann es sein... Aua. Von wem wurde ich da jetzt noch getroffen? Kann es sein, dass das in dem Gebiet immer so ruckelt? Äh... Woher kommt das? Weil da die ganzen komischen Dinger nach oben fliegen? Ach, der kann durch den Boden schießen. Daran liegt das. Okay. Äh... Du kommst in den Channel, wo schon Leute extra Tags in Streams reinbauen können. Und wenn unter dem Stream ein Tag ist, kein Backseat-Gaming... Da kann man das Wort Backseat-Gaming, falls man es nicht kennt, googeln. Und weiß, dass man eben genau das nicht irgendwelche Fragen stellt, wo der User gerade ist etc. pp. Und keine Sorge, es gibt hier doch noch genug Chat-Interaktion, ohne dass man einen fragt, ob er den und den Boss schon gemacht hat. Das hat nichts mit nice Chat-Interaktion zu tun. Und selbst wenn es so wäre, wenn ich meinen Stream so führen möchte, dann ist das so. Dann steht die Frage, was fällt unter Backseat-Gaming? Alles. Am besten immer davon ausgehen vom Schlimmsten, alles. Oder reinkommen und als erstes erstmal fragen. Oder Ausrufezeichen BSG eingeben. Was auch im Titel steht. Also gerade dagegen zu fronten, wie ich den Stream führe, ist purer Egoismus. Ich kriege eine Wartnachricht von einem Fremden, was ist jetzt los? Was? Sag mir bitte, du hast eine Privatnachricht von jemandem bekommen, weil du Mod in dem Channel bist. Und jemand deswegen fragen wollte, warum er gebannt wurde oder ob er wiederkommen kann oder sowas. Das würde mir komplett, äh, den Tag versüßen. Okay, irgendeiner ist auf jeden Fall noch da oben und der will uns immer wieder an den... Ach du Scheiße, ich glaube wir müssen da wirklich gegen den Drachen kämpfen. Aber dann wäre der eigentlich eine Wand, glaube ich. Aber dann wäre der eigentlich eine Wand, glaube ich. Sehr gut. Ich reihe den Drang dazu halt null. Jawohl, Yannick hat schon einige Spiele gespielt, wo ich fast alles kenne. Aber warum sollte ich ihm den Spaß nehmen, den ich am Game hatte? Komplett... Ist so. So, gerade wenn ich einem Streamer zugucke, dann... Das Ding ist, selbst wenn ich manchmal den Drang hätte und mir denke, Oh Gott, der kommt da gerade nicht weiter. Ich würde ihm so gerne sagen, wo es weitergeht. Will ich trotzdem doch viel eher mitkriegen, wie er es selber schafft. Wie er selber darauf kommt, wie es weitergeht. Vor allem, weil die Streams schon ewig funktionieren. Es gibt immer nur Probleme, wenn neue Leute reinkommen. Natürlich nicht bei jedem neuen, aber immer, wenn andere sind, gibt es Stress. I don't like that. Ist so. Ist so. Leider schon. Der wurde hier gesperrt gerade, aber ich habe den Stream die ganze Zeit gemutet. Die letzten vier Stunden. Alles gut. Ist das schön. Ja, das ist jetzt aber auch blöd, wenn man dann fragt, was er geschrieben hat. Weil dann ist das nicht mehr eine private Nachricht. Und dann ist das auch so ein bisschen über ihn herziehen. Das möchte ich auch nicht. Aber ist trotz... Ist einfach nur schön für das Gefühl zu wissen, dass er das getan hat. Dass er dich angeschrieben hat. Freut mich in a way. Und halt einfach vorher fragen, bevor man Ratschläge gibt. Genau. Aber lass uns... Lass uns das Thema hierbei ähm... Hierbei auch einfach begraben. Lass uns das belassen. Ähm... Ich möchte nicht jetzt die nächste... Ach... Zeit jetzt noch darauf vergolden. Das muss ja nicht sein. Ging mir gerade nur auch zu Kopf. Ich gebe auch zu, dass ich auch immer sehr sehr... Ich werde auch sehr schnell aggressiv, was sowas angeht. Vollkommen. Ich bin da jetzt auch kein... Kein Unschuldslamm. Klar. Das gebe ich auch offen zu. Ach Gott. Ne. Der kann da bleiben. Die schwarze Sonne, finde ich, sieht auch ultra heftig aus. Es gibt irgendein Album, was das als Cover hat. Ich weiß, das ist jetzt sehr breit gefächert, weil es gibt bestimmt eine Menge Alben, die sowas als Cover haben. Aber irgendein Album hat das als Cover. Ich weiß aber nicht mehr welches. Das ist genau so ein orangener Hintergrund mit so einer schwarzen Sonne davor. Ach, alles... Alles gut, Kyra. Alles gut. Son Goku auch alles gut. Alles gut. Das sollte jetzt auch nicht... Dieser Front sollte nicht komplett an dich gehen. Alles gut. Du hast nur die Frage gestellt und ich wollte das damit quasi klären. Alles in Ordnung. Du warst aber die Tage jetzt sehr geduldig, soweit ich das mitbekommen habe. Das ist wahr. Das ist wahr. Twilight Eclipse hat das als Buchcover. Kapper. Meine ich das vielleicht sogar? Nee, Twilight Eclipse hat... Ach so, okay. Die Silhouette meinst du davon. Nein, das meinte ich nicht. Zum Glück. So. Jetzt haben wir White Paper Happy Time, Freunde. Vielleicht krieg ich bestimmt vom nächsten Boss nochmal schön auf den Sack, denn dann habt ihr auch ein bisschen was zu lachen. Ist doch alles super. Ich hab grad minimal die Befürchtung, dass wir da reinkommen. Nee, ist doch gut. Alles gut. Alles gut. Du brauchst dich auch nicht entschuldigen. Alles in Ordnung. Wirklich. Alles in Ordnung. Alles supi. Ich möchte auch auf gar keinen Fall dich jetzt irgendwie dazu drängen, dass du denkst, dass du eine Entschuldigung hier raushauen musst oder so. Alles gut. Alles gut. Ähm. Ich hab grad nur so ein bisschen Angst, dass wir da nur durchkommen, wenn wir die beiden Drachen getötet haben. I don't know. Das Ding ist, die machen ja nicht so häufig Feuer, aber wenn sie Feuer machen, dann steht das Feuer ja auch noch ein bisschen. Und wenn du dann versuchst zu laufen, machen sie wieder Feuer. Okay, das ist blöd. That's, that's not good. Wie kommen wir dahinter? Da unten kommt man auch irgendwie hin. Das sind Lindwürmer. Stimmt. Wie kann man da den Unterschied nicht kennen? Wir können ja mal rüber rennen. Mal gucken was passiert. Hm. PP-Overheat. Run. Ich meine, das passt. Oh mein Gott. Wie ist das denn? Mir ist gerade ganz kurz alles egal. Und ich weiß, dass man genau so Dark Souls nicht spielen sollte. Und ich hab Dark Souls immer so damals gespielt und das gehasst am Ende. Aber ich brauch kurz dieses Erfolgserlebnis, dass ich an den Drachen vorbei bin, nur an den Dingern. Okay. Einfach mal aus dem Fokus verlieren, danke. Real Talk, türkischer Apfeltee, meine Lieblingssorte. Eine meiner Lieblingssorten. Oh. Nein. Ich tue alles, aber nicht an ihm sterben. Das passiert nicht. No. Okay, aber das bedeutet, dass hier unten auf jeden Fall einer gerade zu so einem krassen Vieh wurde. Ach der! Von dem man das am wenigsten erwartet. Der wird krass. Okay. Türkischer Apfel ist ultra geil. Alter. Geisteskranke Teesorte. Liebt die. Wir sind tatsächlich hinter den Drachen. Mehr oder minder. Wir wollen da auf jeden Fall rüber. Casually run past the dragon and die to a pleb. Ist so. So in etwa war das hier gerade. Dahinten ist noch so ein Ritter. Den wir erstmal ignorieren. Also links das Tor ist auf jeden Fall zu. Das ist ein Problem. I would say we run for the best. Hat einigermaßen geklappt. Ich wollte gerade sagen, ich höre hier alles irgendwie kräuchen und fleuchen und laufen. das haben wir hier auch schon wieder schön extra dunkel gemacht ey. Guck mal kaum hat man einen jetzt nämlich platt, schmeißt der nächste schon auf dich. Und das hier sind alles explosive Fässer. Und das hier sind alles explosive Fässer. Ah! Ei! Die sind zwar ohne Witz, die sind nicht so schlimm. Aber die machen halt die Attacke, die ist voll pervers, wenn die einen trifft. Weil damit können die dich fast instant töten gefühlt. Aber viele von denen sind auch scheiße. Backstab den ruhig. Das ist wichtig. Wenn irgendein Backstab muss dann ihn. Ich glaube wir sterben, weil hier jetzt einer eine Bombe reinwirft. Okay. We don't do that. We don't die. That's nice. Ach du scheiße ey. Ich find Bubble Tea tatsächlich sehr lecker. Und ich bin immer noch sehr happy darüber, dass das so ein kleines Revival gefeiert hat. Ich hab mich gefragt, was da oben leuchtet. The more you know. Alter ey, diese ganze Burg hier ist noch so voll mit irgendwelchen gruseligen Zeug. Junge, Junge. Da stehen jetzt auch nochmal zwei. Und da hinten so ein krasser. Ja, no, 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 no. Backstab Gaming. Ja. Äh, guten Hunger Meira. Und viel Spaß beim Kochen. Das öffnet bestimmt das Tor, richtig? Ja. Hab ich mir gedacht. Da wartet ein fetter Ritter auf uns. Alright. Ah, wie man ja clearly hören kann, ist das nicht der einzige Ritter, der hier rumtobt. Ich weiß nicht, ob ich den rechts da zuerst töten möchte, weil der eventuell eine Bombe hat. Hier links sind auf jeden Fall auch noch viele Gegner, die sehe ich. Das sind einfache Banditen. Alter ey. Es ist so insane, wie du an großen Rittern halt Probleme haben kannst, aber an so kleinen Leutchen auch. Hier müssen wir jetzt eigentlich nur sehr aufpassen, dass einer von denen nicht irgendwie so ein krasser wird. Und so eine Mutation an seinem Arm kriegt. Das ist auch safe, ne Mimic. Oh, ne witzig, mach jetzt wirklich keine Kisten mehr auf. Ausrufezeichen Mimic. Alles tötet dich hier auf jeden Fall auf brutalste Art und Weise. Ja, das nächste Ding ist halt, dass wir jetzt den da... Ja, läuter deinen Ritter. Und der macht sich auch noch was auf sein Schwert. Aber guck mal, wie schön das glitzert. Man könnte ihm jetzt super Schaden von oben machen. That's true. Es glitzert. Wie schön. Glitzer, Glitzer. Könnten ihn jetzt hier auf jeden Fall instant töten. Guck mal, da ist nämlich der zweite. Es gibt den einen mit dem Glitzerschwert. Da unten gibt es sogar noch einen mit dem Speer. Alter, leck mich am Arsch. Was ist das denn hier? Auf jeden Fall Endgame. Und ich bin tot. Das ist für mich selbst ein Rätsel, dass ich nicht tot bin. Ja, ich will mich hier eigentlich jetzt erstmal kurz umgucken. Weil die Gegner würden mich eh umbringen. Vielleicht schaffe ich es denen zu entkommen. Ah, guck mal, da oben ist der nächste Boss. Ja, dann wüsste ich jetzt natürlich gerne, wer der nächste Boss ist. Wir können hier noch eine andere Abkürzung freimachen. Ach Gott, guck mal, bevor ich jetzt zum Boss gegangen ist, bin ich jetzt die Abkürzung freigemacht. Das ist sehr, sehr gut. Keine Ahnung, wo die hinführt. Den machst du easy, first try. Stimmt. Dicker, was ist das für ein Aufzug. Vielleicht haben wir Glück und der Aufzug führt uns... Straight quasi zu einem Leuchtfeuer. Nämlich zu dem hier. Das ist ultra geil. Uuuuh. Boah, ich wüsste wirklich gerne, warum das Game so krass am laggen ist. Das ist gerade echt heftig. Das hat wirklich ultra kranke, kranke Ruckler. Wie viel sehen haben wir gerade? 33.000. Damit sollten wir vielleicht nochmal zurückdüsen. Stärke. Endlich auf 40. Endlich auf 40. Hatte auch so Lacks zwischendurch, obwohl mein Toaster eigentlich echt Power hat. Power Toaster. Bei dem Gebiet ruckelt es immer so ein bisschen. Okay, crazy. Dir auch, Woidrix. Viel Erfolg dabei. Wir können tatsächlich unser Broadsword jetzt auf 8 boosten. Junge. Wir haben jetzt gerade ein Schwert. 196 plus 151. Ach du Scheiße. Das Shepard. Das Shepard. Ach du Scheiße. Durchaus solides Bild. Doch. Doch. Boah, draußen ist ja gerade voll schön. Ach. Gemini. Und ich sitze drin und spiele Videospiele. Hahaha. Ach. Schönes Leben. Ne, wir haben... Schwert drauf. Den schweren Stein. So, ich hoffe, dass ich das jetzt hier gespeichert hat. Dass der Fahrstuhl gerade unten ist. Weil der müsste unten sein. Weil den zu rufen und darauf zu warten, das dauert. Er ist hier. Sehr schön. Aber jeden neuen Try müssen wir den rufen und zurücklaufen. Das ist das Problem. Weil hier oben gibt es nicht direkt ein, äh, Bonfire. Würde mich auch wundern, wenn es hier oben eins gäbe. Weil, äh, man hier eigentlich direkt eine Abkürzung hat. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Danke für die Bits. Hallo Philipp, willkommen zurück. Hat er sich den Platz 2, hat er sich auch schon geholt bei den, äh, Geschenksubs. Gibt es ja gar nicht. Guck mal. Ah. Da kamen wir her. I remember. Ja. Ich hab keine Ahnung, was uns hier erwartet. But something awaits us. Behind here. Ich hör schon Blitze. Drachentöterrüstung. Junge, was? Das ist, glaube ich, ein Boss, bei dem selbst ich länger brauche. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das ist jetzt halt, boah, ey, diese Legs, ne? Hilfe. Das ist halt jetzt wirklich ein bisschen blöd, weil man jetzt immer hier hin rennen darf. Oh, die Rolle war richtig dumm. Obwohl. Der wird dadurch nicht getriggert? Ich hab Bock. Komm, ihr wollt mich hier echt nicht stören. Ja, Ehre. Danke. Pause-Champ. Boah, Pause-Champ brauchen wir auch. Das ist super. Oh, Pause-Champ ist super krass für Dark Souls. Holy shit. Warum hab ich den noch nicht drin gehabt? Stupid. Äh, den mach ich jetzt gleich direkt rein. Gib mir ne Sekunde. Den machen wir rein. Da seh ich uns. Francafacey. Public Library. Gremt sich sogar. Pause-Champ. Pause-Champ. Pause-Champ sieht so witzig aus. Marty McFly. Tatsächlich, von dem ist das. Witzig. Okay. Hättet mich jetzt der Fahrstuhl zerrückt. Du Gott, bitte nicht. Okay. Moin. Ich erinnere mich, dass man da ausweichen sollte. Oh. Gremt sich. kerreier pathet. Oh. Ich bin jetzt der Hammer. Und da. IGNMина. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass bei dem mein Schild nicht so wichtig ist. Ich frage mich gerade, ob ich eventuell... Dann brauche ich aber länger. Aber ich weiß nicht, ob mein Schild bei dem so krass ist. Aber ist das hier wirklich so ein heiliger Ort, wo die nicht hinkommen? Weil das ist mega nice. Ja, ey, ohne Scheiß, für den zweiten Try war das mega stark. Wir haben den Hälfte AP bekommen. Wenn du beim zweiten Try den Boss schon Hälfte AP bekommst, dann bist du sehr, 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 sehr gut dabei. Minus vier Grad für viel Glück. Kommst du ernsthaft hier hingelaufen? Du? So gegen den Ritter hätte ich Angst. Gegen dich eher weniger. Klar, das ist immer die Frage von Goku, das ist richtig. Das ist ja genau der Unterschied zwischen den beiden Dingern. Aber da will ich, glaube ich, lieber schneller angreifen. Hey, Sethnight Road. Ah, hätte ich weglaufen sollen. Ich habe ihn getreten. Die Audacity. Dass ich ihn trete. Ich muss heilen, ich muss heilen, ich muss heilen. Ich muss heilen, ich muss heilen, ich muss heilen. Ich muss heilen, ich muss heilen, ich muss heilen, ich muss heilen. Nein, ich muss heilen, ich muss heilen. Shit. Ich wollte zu früh wieder full life haben, ey. Ich hätte einfach warten sollen. Ich hätte das noch nicht heilen müssen. Ah, scheiße. Fuck. Hätt sein können. Scheiße. Ich hoffe, ich weiß, ich weiß nicht. Äh. Ich sag uns, sag euch, der trifft mich noch mal irgendwann. Der Typ kommt noch mal irgendwann zu mir und piekst uns. Für welchen Boss hast du bis jetzt die meisten Trice gebraucht? Chat, wisst ihr das vielleicht? Ich würde beinahe sagen, die Tänzerin. Bei der Tänzerin habe ich, glaube ich, so sechs, sieben gebraucht. Und das waren meine meisten Trice. Es ist wild, wenn man drüber nachdenkt, dass das meine meisten Trice sind. Das haben manche Leute bei ihren wenigsten Trice bei irgendeinem Boss. Viel zu greedy. Ruf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Basst du auch? Ich rigide. Was ist das? Perfekt die Kondition eingeteilt, das war sehr gut. Das war eher nicht so gut. Nein! Wie lange braucht der denn für seinen scheiß Estus? Ach du Scheiße. Boah, es macht mich fuchsig, wenn ich zwischendrin manchmal trete. Weil I clearly don't wanna treat. Scheiße. Ich hab ihn gehabt, ich hab ihn gehabt, verdammte Scheiße. Ich hatte ihn. Das kann doch nicht wahr sein, weil ich zu blöd bin zu heilen. Oh, war das dumm, weil ich zu greedy war. Es ist so unnötig zu sterben, weil man einfach nicht genug haben kann. Hätte ich noch drei Sekunden gewartet, wäre er tot gewesen. Aaaaaah. 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 Scheiße, ey. Aaaaaah. Boah ist das unangenehm Da jetzt gerade gestorben zu sein Echt Boah das war High Key gerade Ganz 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 Boah Boah Das hätte nicht sein müssen Vielleicht sollte ich erstmal wieder heilen Das Bruder Das war's Boah 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 Das war stupid. Das war einfach nur super dumm. Das war, das war real talk ganz, ganz dumm. Boah, war das stupid. Ich fühle jetzt den Pain, ja. Das ist der erste Boss. Der knallt. Das Ding ist ja noch nicht mal so schwer. Wir haben den ja schon echt weit hingekriegt und alles. Das ist okay. Ich finde es krass, dass man nebenbei noch auf diese... True. Also ich bin so weit gekommen, bis ich mich mal festbeißen muss. Das ist vollkommen wahr. Ich finde es krass, dass man nebenbei auf die Drachen auch eigentlich so achten muss. Weil die machen ja auch so Laserbeams. Das haben sie jetzt bei mir erst ein, zwei Mal gemacht. Und deswegen war es nicht so krass. Aber die können einen auch komplett hops nehmen. Wenn ich mir kurz gemacht habe. Aber die Bröger sind wirklich innovative. Scheiße, da habe ich mir jetzt viel zu wenig Schaden gemacht Und da muss ich weiter nach links Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er mich da gerade ins Taumeln gebracht hat Was hat er da denn jetzt gerade für eine neue Attacke gemacht, alter Ja, jeet an der Stelle Ach du Scheiße How am I still alive Es macht mich gerade einfach So, Dark Souls ist ja auch irgendwo voll die psychologische Erfahrung Einfach, hi Mika Es macht mich einfach gerade wirklich Ich kann mich gerade kaum konzentrieren, weil ich lowkey so krass absolut angepisst bin Dass ich den einen Run gerade nicht geschafft habe Ich bin gerade so innerlich, ich schreie gerade dauerhaft Ohne Witz Ich raste gerade komplett aus, dass ich diesen einen scheiß Run gerade nicht geschafft habe Es macht mich richtig, 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 richtig sauer Weil der hätte es einfach sein müssen Ich hätte nur eine andere Attacke machen müssen Und dann wäre es das gewesen Ja, Alter, ich bin gerade richtig PP-Overheat Sehr, 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 sehr unangenehm Oh, der hat meine Seelen gebunkert Ja, ich bin gerade Warum roll ich da zweimal? Boah, wie stupid Okay, chill mit deinem Chill Weiter weg, weiter weg, man Scheiße Ach Gott Mann, ey, ach Gott Dann roll ich zehn Sekunden vor einer Attacke, ey Gott Warum bin ich so unkonzentriert gerade? Der Boss ist echt nicht schwer Er ist fuck nicht schwer Boah, es hilft auch echt nicht, dass es jedes Mal wieder ruckelt, wenn man hier langläuft Ah, stupid ass hole Fast will pause, champ Gut, also Fahrstuhl Das ist das Beste an den Runs gerade, Freunde Der Fahrstuhl Das ist, glaube ich, eins der ersten Schilder Der macht immer die gleichen ersten Attacken Interesting Ist mir gerade mal aufgefallen, weil wir jetzt schon so häufig hier waren Haha Auch wenn ich dem da damals so viel Schaden gemacht habe Nehme ich jetzt lieber immer die Zeit, um mich da zurückzuziehen Ja Sieht man ja, was es nutzt, wenn man sich zurückzieht, ne Ich bin da damals so viel Schaden Und ich bin da, was es nutzt mir Und ich bin da, was ich hier war dieuage Und ich bin da, was er ist gut okay Ach, das ist eine Dreierattacke. Ja, das war's. Mann! Fick dein Schild! Sag dir, er benutzt uns selber ein Schild. Was geht jetzt hier ab? Das hab ich von allem anderen noch gepumst. Kannst du nicht nochmal Donnergott spielen, weil dann kann ich dir Hits reinhämmern. Ja, das war's. Bye, bitch! Ach, du Scheiße, ey! Aber können wir auch mal kurz darüber reden, dass ich gerade diesen Boss getötet hab? Guckt euch mal mein Schwert an. Mit dem Schwert hab ich den getötet. Can you look at my fucking Mini-Sword? Ich wollt grad sagen, und ihr redet darüber, dass ich einen Dolch-Only-Run mache? Mach ich momentan schon. Guckt dir mal das Ding an. Okay, Perspektive, Freunde. Perspektive. Denkt drüber nach, wie ihr Sachen fotografiert, die vielleicht länglich aussehen müssen. Heute haben wir gelernt, dass Dinge in Perspektive kürzer oder länger aussehen. Okay. Good to know. Ich stelle dir vor, der kommt in die Hölle und muss sagen, dass er mit einem Butterbesser gekillt wurde. Der Armer einfach. Boah, Freunde. He's dead. Oh no. That fucker's motherfucking dead. Ach, Junge. Wo ihr übrigens gerade auch in den Chat geschrieben habt, dass ihr euch in den Tisch gebissen habt und solche Geschichten. Freunde, ihr glaubt nicht. Ich muss ehrlich zugeben, wäre ich da jetzt gerade wieder verreckt und er hätte diesen Ein-Hit-Leben gehabt, das war diesmal jetzt sogar noch weniger, wäre ich daran verreckt, Freunde, I shit you not, ich hätte instant den Stream ausgemacht. Oder ich hätte, ich wäre, keine Ahnung, für eine halbe Stunde weg gewesen. Ich wäre, ich wäre draußen um Bäume gelaufen. Ich hätte einen Baum vielleicht sogar gegessen. Alter, das, das, das wäre für mein Ego gar nicht gut gewesen. Hättet ihr jetzt mit diesem Ein-Hit-Leben überlebt, ne? Ich schwöre es euch. Uh, es hätte sehr viel Beherrschung gebraucht, dass ich dieses Spiel nicht deinstalliere. Uh. Holy shit. Boi, na, vor allem anstrengend, auch immer gute Stressbewältigung. Ist halt ein bisschen traurig eigentlich, so ein armer Baum so, der kann, der kann ja nix dafür. Machen wir nochmal so. Ich gratuliere dir. Herzlichen Dank. Farewell, Ashen One. Bis dann, Jutta. Wir sehen uns. Grüße. Ja, dann gehen wir da jetzt oben weiter, würde ich sagen, ne? Drachentöterrüstung besiegt. Let's look what will come. What comes next? Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Surprise, Bonk. Burg Lotharik. Lotharik. Oi, 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 oi. Der, der, der Clip ist sehr, sehr gut. Warum vertraue ich hier nichts und niemandem mehr? Warum geht hier ne Treppe runter? Au. Titanitbrocken. Da sage ich nicht nein. Wie viele Titanitbrocken haben wir gerade? Drei. Drei. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, um zum nächsten, äh, upzugraden. Hätten wir mal gucken können. Alles easy, lass. Man hätte von einem anderen Weg hier auch hinkommen können, oder? Aber es gibt halt bei, bei... Das ist ein Mimik-Leuchtfeuer. Alter, hör auf! Schlüssel des großen Archivs. Schlüssel zur Haupttür von Lothricks großem Archiv. Ist das hier sein Archiv? Moin, Max. Das Ding ist, jeder Boss, den man tötet, der droppt eigentlich so ein Bonfire. Dementsprechend ist es schon verständlich, dass da dann jetzt noch ein richtiges kommt. Weil das ja quasi gerade nur das Bonfire war für Dingskirchen. Ach, krass. Das ist ein anderer Fahrstuhl. Wo kommt dieses Moin, Max her? Äh, von Trimax, glaube ich. Weil der heißt halt Trimax und dann immer Moin, Max. Komplett lost. Ich hab irgendwie... Kennt ihr das, wenn ihr von... Von Redewendungen... Ach du Scheiße. Das ist ja noch nicht mal eine richtige Redewendung. Aber wenn ihr von sowas einen Ohrwurm habt... Alter, du warst mal ein Boss. Warum bist du jetzt ein normaler... Endgegner? The fuck? Moin, Leute. Trimax hier. Das ist gerade ganz, ganz unangenehm. Das ist ein Bruder. Moin. Stimmt, wir hatten sogar mal das Emote von Monte. Das hehehe. Stimmt, ihr habt einiges durchgemacht, Freunde. Es tut mir leid. Es tut mir vollkommen leid. Ich werde euch nie wieder fragen, ob ihr sowas kennt. Weil ihr kennt das. Zu gut. Jo, wer bist du denn? Moin. Das kann ich auch. Hehehe. Ah! Ah! Chill, dude. Ich wollte gerade sagen, die können jetzt ja gerade überall oben hängen. Dem kann ich das hinten... Okay. Gruselig. Ich vermisse LCB aktiv. Vermisst ihr das? Freunde, wir sind einfach zu einem Gottesdienst gekommen. Wir waren gar nicht eingeladen. Ich weiß nicht, ob ich daran jetzt einfach so teilnehmen darf. Was meint ihr? Darf man das stören? Ich vermisse LCB da. LCB da. Das Ding ist... Freunde, ich habe gerade mal eine wichtige Frage für den Chat. Weil ich möchte ja auch immer so den Stream natürlich für euch auch so witzig und spannend machen wie möglich und alles weitere. LCB Lull zum Beispiel finde ich ist ein großartiges Emote. Aber trotzdem, ich bin immer so zwiegespalten, dass ich... Wir hatten das ja schon mal mit Fred. Dass ich so gerne eigentlich Emotes hätte, die irgendwas sind, wie jetzt, keine Ahnung, sei es ein Frosch oder sowas. Alter, ich finde Frösche so süß. Aber nicht so Pepe-mäßig, sondern so anders Frosch-mäßig. Aber eigentlich macht den Kanal das hier doch, glaube ich, schon aus, dass ich Emotes habe, die von mir sind, oder? Weil ich frage mich oft, ob ich meine Emotes alle killen sollte und dann Emotes mache von irgendwie, keine Ahnung, einem süßen Frosch. Und der macht irgendwie Gesichtsausdrücke. Ich habe Meme-Energy. Okay. Gut. Moin. Oh, jetzt habe ich sie gestört. Der wollte uns gerade salben. Wollte der uns einwachsen? Ich würde deinen in real life Emotes sehr vermissen. Okay, gut. Dann bleiben die. Alles cool. Alles cool. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Er schießt dich einfach voll. Einfach komplett abgespritzt. Guten Morgen. Oh Gott. Hey, hey. Stay here. Was ist das denn für ein ekelhafter Trick gewesen? Was ist das denn für ein ekelhafter Trick gewesen? Wisst ihr Freunde und ihr fragt mich noch, warum ich weniger lese. Deswegen. Alter, da sind diese Scheißdinger überall. Die kommen überall aus den Scheißbüchern. Darf ich an das Item ran? Boah, habt ihr lange Klauen, Alter. Ach du Scheiße, ey. Den konnte ich irgendwie gerade nicht in den Fokus nehmen. Ich habe keine Ahnung warum. Ah. Hm. Ah. Ah. Egli. Das war's. Das war's. Ich wollte grad sagen. Aua! Alter, man ist hier echt ganz schön geplagt dadurch, dass ein der... Ach Gott. Die ganze Zeit Jagd. Junge, junge, junge. Aber wenn der tot sind, dann sind wir alle happy. Das Ding ist da oben, wartet halt noch der mit dem Bomben, der uns nervt. Auf welcher Ebene steht der denn jetzt? Irgendwo da hinten auf irgendeiner komischen. Äh... Ja, genau deswegen. Jetzt kommt das hier auch noch aus dem Boden, oder was? Ah, weil Bücher da auf dem Boden liegen. Was für eine asoziale Scheiße, ey. Aua. Wer ist jetzt denn da noch? Can... Can we have some nice things, please? Can we have some chill? Hallo Kugu. Ich bin mal wieder zu Besuch. Oh Gott, wie süß. Klingt voll cute. Der wird uns so krass den Arsch aufreißen. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn er uns einfriert. Wahrscheinlich sind wir dann... Eingefroren einfach. Ich weiß, unvorstellbar. Eine neue Ritterrüstung könnte allerdings vielleicht sogar sehr gut sein. Nee. Aber cool. Und auf jeden Fall auch interesting. Seelenstrahl. Das hast du also behütet? Mhm. Der sitzt da immer noch in der Mitte. Uh. Ei, 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 ei. Krabbeln in Ritterrüstung. Oh, ja, champ einfach. Kann ich so zu dir kommen, eventuell? Majestic. Ich kann nicht nur sogar nicht zu ihr kommen. Ich sollte zu ihr kommen. Jo, 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 jo Ritter, der da rumsteht. Junge, Junge. Äh, holy shit, Anastole. Herzlichen Dank für noch ein Sub-Gift. Du haust ja auch hier richtig raus. Danke, danke, danke. Du Arschloch. Für noch ein Sub-Gift an Kyra Kiryu. Viel Spaß mit dem Sub. Willkommen in der Fam. Viel Spaß mit den Emotes. Danke, Anastole. Oh. Alter, voll der Harry-Potter-Weg einfach. Komm, haut ab. Ihr seid eklig. Geht weg. Tschüss. Äh, nee, gar nicht. Absolut gar keine Ahnung. Ich glaube aber insgesamt, ehrlich gesagt, nicht mehr allzu lange. Ich meine, wir sind jetzt auch schon wieder fast sechs Stunden live. Ähm. Aber kann ich an und für sich nicht so ganz beantworten. 63.000 Seelen liegen da. Das, meine Damen und Herren, muss eine Frau jedes Mal, wenn sie in den Club geht, ertragen. Bildliche Darstellung. Ah, wir sind ja schnell wieder da. Äh, äh, äh. Das ist nicht schön. Liss. No. Don't. Zeit, wann sammeln Frauen und Seelen. Hm. Dann hol dir am liebsten irgendwas zu trinken oder so. I don't know. Try to chill. I don't know what helps. Hm. Oh, das ist aber nett, dass er sich extra hier jetzt anders hin gesetzt hat. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir nicht so einfach in unsere Seelen kommen werden. Okay. Seelen haben wir. Traumhaft. Ciao. Digga, wer schießt denn hier noch so krass? Geh nicht zu nah an die Bücher, bitte. Ich würde es so gerne haben. Nein. Mäh. Das kann ich nachvollziehen. Titus, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Weil gerade bei so einem Game kann ich es mir so gut vorstellen, das zum ersten Mal bei anderen Leuten mit zuzugucken. Jetzt laufen wir hier oben. Auf den Dächern lang? Ach du Scheiße, ey. Das sieht aus wie eine Big, Big Falle. Was habe ich gesagt? Was macht der? Oh, jetzt fängt er damit an. Titanitbrocken. Sehr schön. Haha, er tanzt. Bei dir ist Unwetterwarnung. Holy shit. Freunde, take care of yourself. Passt auf. Macht eure Fensterchen zu. Geht nicht zu nah ans Fenster. Und dann schaffen wir das zusammen, okay? Wir kriegen das hin. Tschau. Warum habe ich so viel Glück und so oft verrecken, Leute? Einfach so. Ich habe mega oft das Glück, dass Leute einfach so hops gehen. Ich dachte, der ist jetzt auch runtergefallen. Ey, ich hätte geheult, wäre das jetzt nochmal passiert. Bye-bye, Miss American Pie. Alter, diese komischen Dinger sehen so fucking gruselig aus, ne? Alter, sag mir nicht, dass man oben jetzt auf diesem Kolosseumring kämpfen muss. Weil das sieht so aus, ob wir da gerade immer weiter hinlaufen. Ich finde das Gebiet an und für sich auch richtig cool. Ich finde es nur gerade echt richtig krass unübersichtlich. Aber es liegt darin, weil man einfach hier überall über die Dächer läuft. Oh, oh. Moin. Ich habe gehofft, dass ich ihn dazu kriege, dass er... Ach du Scheiße. Dass er da runterfällt. Was passiert zuerst, Leute? Finde ich ein neues Leuchtfeuer oder... Oder sterbe ich? Ah, moin. Didn't expect you here. Und Totenklauchensplitter. Das passiert übrigens mit Wachs an einem. Deswegen saßen wir da gerade eben so fest. Ist das eine Abkürzung? Ja. Thank goodness. Kopf in Wachs tauchen? Why the fuck would I do that? Wahrscheinlich hat es einen guten Grund und ich sollte es tun. Ich habe Angst, wenn ich das jetzt first try einfach jetzt ausprobiere, dass einfach mein Kopf weg ist. Sollte ich das tun? Es fühlt sich nicht gut an, das zu tun. Das meint ihr mit Gang Squad? Hm. Eins, zwei, drei, vier. Oder das da hinten ist eine Statue. Dann sind es trotz dessen immer noch drei. Einer mit einer fetten Axt, einer mit einer Keule, einer mit einem krassen Schwert. Ah, der hat auch einen Bogen. Du hast auch erst los, das habe ich mir fast gedacht. Ach du Scheiße. Hätte ich da jetzt nicht, wäre ich da nicht ausgewichen, dann hätte es so weh getan, ey. Ah, so weh nämlich. Och Gott, ihr macht schon da hinten ihre Scheiße ready. Ich würde am liebsten noch mal einmal jetzt raus und an euch vorbei. Macht ihr nicht, ne? Hinter mir sind die, vor mir sind die. Ach du Scheiße. Was habe ich hier getan? Kann ich euch, an euch ganz gezielt vorbei rollen? Somehow hat das geklappt. Theoretisch sind wir jetzt an ihnen vorbei. Das möchte ich jetzt nochmal einmal kurz sagen. Kriegt man hier hinten, das ist halt immer das, was ich mich am Anfang frage. Kriegt man hier einen Aufzug. Genau das ist es nämlich. Ich kämpfe gerne gegen die, aber wenn ich einen Aufzug machen kann, damit ich eine Abkürzung habe und ich schneller wieder zu denen komme, dann kämpfe ich danach gegen den. Guck mal, weil jetzt haben wir einfach eine Abkürzung zum Bonfire. Freaking Bonfire. Bedeutet natürlich auch immer so ein bisschen im Umkehrschluss, wenn man eine Abkürzung zu einem Bonfire hat, hat man meistens auch eine Abkürzung zu einem Boss geschafft. Chillen die jetzt da hinten? Scheiße. Ich habe gehofft, sie kommt alleine. Fuck. Hi. Was halt ein großes Problem ist, ist, dass die beide fernkämpfen können, wenn sie wollen. Das ist ein bisschen ungeil. Oh Gott. Haben die alle Estos? Wahrscheinlich, ne? Safe haben die alle in Estos. Ich will eigentlich gar nicht gegen die kämpfen. Ich will eigentlich weiter. Try me, bitch. Oh. Okay. She tried, she, this bitch tried me. Aha. Ja, same. Bruder. Ach, du Scheiße. Du Parierkönigin. Ich habe kein Estos mehr. Ja, ich habe hier gerade ein riesiges Problem. Ich bin jetzt gleich tot. Hör doch mal auf mit der Kacke. Nein, 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 nein. No. It could have been the Trinity. Ah, wir hätten sie haben können. Schade. Geh halt dann einfach in den Nahkampf. Ja, stimmt. In den Nahkampf, wo sie parieren kann. Fucker. Aber wir haben eine sehr, 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 sehr nahe Abkürzung. Das ist sehr okay. Alles easy. Ich fände es cool, wenn man die nur einmal töten kann, weil dann hätten wir jetzt halt die Chance, gegen die eine zu kämpfen, komplett solo. Aber ich glaube, die werden jetzt alle wiederkommen, oder? Oder sind die nach einmal tot, weil das so spezielle Charaktere sind, um man von denen auch den Loot kriegt. Wir werden das jetzt gleich sehen. Okay. Du bist eine ganz schöne Sau, weißt du das? Yo, Alter. Hör auf mit deinem scheiß Parieren, du Sackkopf. Fuck yo, Pariering. Hohoho. Ah. Reicht jetzt. Tschüss. Gute Nacht. Danke für deinen Stab. Mann, oh Mann, oh Mann. Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ich habe mich gerade so gefühlt, als hätte ich bei der 5 Estos verbraucht. Ich brauchte aber einen. Okay, und das ist die Hütte von... Wo wir jetzt hin müssen? Jo, was ist das für ein Aufgang? Was ist das allein schon für ein Aufgang, Leute? Da, bitte sehr. Moment mal. Was? Ja, wir müssen erst feilschen. Okay, hör mir zu. Es geht also um diesen Typen namens Richard. Er ist ein Wissenschaftler, der sich in eine Gurke verwandelt. Der klügste Kerl im Mutterficken dem Universum. Er hat gerade eines Tages gechillt und sagt, weißt du, was wirklich verdammt. Da, bitte sehr. Moment mal. Was? Ja, wir müssen erst feilschen. Lustig wäre, später in der Folge kommt Richard's Enkelmurti in die Garage und hört ein Geräusch. Er sieht sich nach einem Geräusch um und findet ein grünes Objekt und eine körperlose Stimme sagt ihm, er solle es drehen. Er dreht das Ding um. Wo geht's da denn noch hin? Jo, wer ist da denn oben noch drauf? Für Engel. Oh, es geht weiter. Was? Danke, Thomas. Und es zeigt sich, dass es eine Gurke ist. Sein Opa, der klügste Kerl im verdammten Universum, verwandelt sich einfach in eine verdammte Gurke. Lustigste Scheiße, die ich je gesehen habe. Danke sehr, Thomas, Finn und Ja und so für die Donos. Ja und so war, glaube ich, Tim, ne? Herzlichen Dank. Lustigste Scheiße, die ich je gesehen habe. Danke sehr. Danke sehr für die Donos. Klickt nach einer guten Serie. Sollte man mal gucken. Ach du Scheiße. Jo, wer ist da denn jetzt überall hinter? Ich sehe euch da doch. Ihr Lümmel. Danke sehr. Moin, Max. Ich hatte mein Schild oben, aber okay. Diese Schlingel. Machen die einfach so eine Ketten-Dono. Wild. Danke sehr. Ist das jetzt so der Part, wo man sich noch mal stark fühlen soll, während man die alle plättet, weil die nicht so viel machen können eigentlich? Da kommt auf jeden Fall Papa Ritter runter. Guten Morgen. Kommt da jetzt die ganze Legion oder was? Ja, ich würde erst mal gerne den Ritter da platt machen. Weil der, ich weiß jetzt schon, dass der mir auf den Sack gehen wird. Aber außerhalb platt machen von euch allen anderen. Das. Mach du Scheiße. Aber hey, er kommt zu mir, das ist doch gut. Man könnte einfach durchlernen. Scheiße. Hätte er mich mit der letzten Attacke nicht getroffen, hätte ich ihn jetzt nochmal backstammen können. Ach du Scheiße, machst du viel Schaden. Ach du Scheiße. Können wir damit aufhören, bitte? Ach du Scheiße, ey. Was ist denn immer mit diesen Rittern, ey? Blöd, dass er das jetzt gerade nochmal nachfüllen wollte. Stupress. Ich kaufe mir ein Schwert. Iced out. Ja, true. Ihr alle zusammen seid auch echt kacke. So, seid weiterhin zusammen kacke. Ich möchte euch nicht stören. Ich möchte euch nicht dabei stören, kacke zu sein. Familie Ritter, viel zu mächtig. Ist so. Ey, das ist nicht euer Ernst. Yo. Ey, chill. Nee. 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 Können ihr mich, während ich das hier versuche aufzumachen, töten? I should not hope so. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh. Oh, dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner at Sinadels. My dear, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords. Let it all fade into now. Ach, du Scheiße. Warum so meine Heimat knochen jetzt hier? Nein. Das sind 130.000 Zählen. Warum gucke ich da nie drauf? Warum waren auf einmal meine scheiß Heimat knochen rechts? Was für ein Fick-Item habe ich bekommen, dass sich das verschoben hat? Wisst ihr, wie knapp das war, dass ich da überhaupt reingerannt bin, an diesen ganzen Rittern vorbei, 130.000, we are talking about, keine Ahnung, vier Level-Ups, fünf Level-Ups? Der Runback zu dem Boss ist so super. Nein. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Das Allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? So einen schönen Köftespieß, Kolbstraße, ein Köftespieß erst mal, mit gar keinem Regen auch und so. Ja, bitte sehr. Moment mal. Was? Ja, wir müssen erst feilschen. Ich brauche auch ein Handy. Was ist denn mit euch? Finn und Thomas, danke für die 187. Danke auch für die ganzen Geschichten. Herzlichen Dank. Danke sehr. Ja, TeamSpeak-Abenteuer. Ja, lasst euer Geld gerne hier. Lasst eure Euronen hier. Also an und für sich, muss ich zugeben, ist es schon cool gemacht, dass man an diesen ganzen Gegnern hier dann vorbei muss. Weil eigentlich sollte man sie bestenfalls töten. Damit nicht das hier passiert. Das Gute ist, dass die halt gerne ihren Kack auf ihr Schwert packen. Und dadurch haben wir halt gut Glück, an dem vorbeizulaufen. Ausrufezeichen, play in den Chat, Freunde. Ganz wichtig. So. Ich habe Angst, wenn ich das hier hinpacke, dass ich das irgendwann mal im Kampf benutzen werde. Also. Freunde, Plan ist folgender. Wir rennen da rein, holen die Seelen und verziehen uns. Wo sind meine Seelen? Da. Okay. Es hat geklappt. Das ist das, was ich wollte. Das war das Wichtigste. Ach du Scheiße. Das Ding ist, dieser Lorian, der kann sich ja, der kann sich ja teleportieren, wie ich gerade gesehen habe. Yo, Alter. Was für eine Stärke ich da jetzt noch drauf ballern kann. Ja, gönnen, Alter. Gönnen. Der kann sich teleportieren, aber hat keine Beine. Kann deswegen nur so kriechen. Ey, ich glaube, der wird auch safe eine zweite Phase haben. Die zweite Phase von dem wird, glaube ich, richtig pervers. Da bin ich mir sicher. Alter, ich kann mein Breitschwert jetzt auf neun machen. Leute, Leute, guckt euch mein Breitschwert an. Ihr seid nicht ready. Ihr seid nicht ready. Leute. Zwei und... Hä? Da stand doch gerade plus 187. Warum stand da plus 187? Ich will plus 187. Da stand, ich kriege plus 187. I wanted that. Das kriege ich erst beim nächsten. Och, komm. Ich will das. Oh, Mann. Oh, Pepehands. Zu viele Clips. Ey, Leute, macht gerne dauerhaft Clips. Ballert rein. Baller los. Äh, gönnt. Gönnt. Clips sind immer gut. Ich habe noch einen untoten Knochensplitter. Aber ich glaube nur einen. Habe ich noch eine Estus-Scherbe? Ich habe noch eine Estus-Scherbe, glaube ich, oder? Ich glaube, ich hatte noch eine Estus-Scherbe, die ich nicht eingelöst habe. Weil damit wären wir dann bei 10. Ah, das ist gut, wasn't he? Nice. Äh, bis dann, Maya. Schön, dass du hier warst. Einen schönen Abend noch. Holy shit, Freunde. Dann sind wir jetzt echt sehr, 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 sehr gut gewappnet. Ach, du Scheiße. Ich glaube allerdings, dass, äh, dass dies der letzte Boss sein wird, den wir heute machen. Wenn wir ihn überhaupt schaffen. Ich habe ja noch nicht mal ansatzweise versucht, gegen ihn zu kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wie schwer der ist. Aber das hier könnte das Ende des Streams heute marken. Ah. Weil ich habe heute auch noch gar nichts gegessen. Ich sollte mal was essen. So ein, so ein leckerer Köftespieß. Viel Spaß beim Schaffen, Lull-W. Wie frech. Wie frech. Ich mache den First Try. Die Tries, wo ich jetzt gerade übrigens verreckt bin, ist euch klar. Äh, die zählen natürlich nicht. Ne? Das ist euch hoffentlich bewusst. Ich habe da ja noch nicht mal versucht, gegen ihn zu kämpfen. Ich wollte abhauen. Einmal hat es nicht geklappt, einmal hat es geklappt. Das es beim zweiten Mal geklappt hat, war ein ganz, ganz großes Kino. Ich bin auch immer noch sehr glücklich darüber, dass es geklappt hat. So, hier müssen wir jetzt kurz Ausdauer... ...jeeten. Warum machst du nicht was auf dein Schwert, du Blöden, wie alle anderen? Deswegen sind deine Freunde coole. Du hast neun Tage gebraucht, bei dem? Warum bist du jetzt so? Ach du Scheiße. Pack dein Fernglas weg, du Irrer. Holt der sein Fernglas raus. Ich wusste, dass es irgendwann passieren wird, dass ich mein Fernglas rausholen, obwohl ich das gar nicht will. Ach du Scheiße, ey. Ja, in dem werden wir auch länger sitzen. Glaube es. Das war knapp. Ich kann mich. Und das war nicht. Deutsche, die Ostrafe. Ich bin nur in der Fernglas. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja die erste phase ist kinderleicht die erste phase ist kinderleicht guck mal wie weit ich den jetzt schon hatte mit ein bisschen drauf also ist okay das ist das okay die erste phase ist wirklich einfach genug dass es eine erste phase sein kann ohne dass ich mich sehr darüber aufregeln klar und das ist mein bild mein bild wahrscheinlich alter wir sind stufe 69 can we talk about this one ich finds immer schön dass wir gabriel night heißen nice bei der ersten attacke dürfen wir auf jeden fall nicht unser schild draußen haben sondern müssen direkt wenn wir reinkommen der kampf startet einmal ausweichen weil dann kommt dieser schlag von oben und wenn wir dem ausweichen haben wir alleine schon mal ein erstes den man nicht benutzen müssen ja talking about ein fucking erstes den wir nicht benutzen müssen ihr dummen scheiß drecks ficker gottes willen wie absolut stupid stupidest balls da sind zwei joe kommt mit einem schild und schwert mir nur hinterher so und plötzlich hat er eine andere tag jetzt gerade das bringt nichts mehr das bringt einfach aus dem grund nichts weil ich gerade nicht die motivation habe das weiter zu spielen weil ich eigentlich mit ziemlich sicher bin dass ich den heute auch nicht mehr legen möchte ehrlich gesagt